Hallo liebe Hörer und Hörer, willkommen beim Python Podcast Episode 55. Heute reden wir über Freelancing und ja, ich bin... Freelancing? Hi, bin wieder. Hi Jochen. Ja, und wir haben einen Gast heute. Ja, hi Berget. Hallo. Hallo. Hallo Dominik, hallo Jochen. Hi. Ja. Ja, und genau, machen wir das so wie, also wir machen einfach jetzt erstmal so ein bisschen News oder so oder keine Ahnung. Ja, aber Vorstellungen, weil... Wir fangen ein bisschen News an und du hast gesagt, du hast gar nicht so viel News, deswegen machen wir News und dann machen wir Vorstellungen und dann... Okay, alles klar. Ja, ich habe eigentlich nicht, wirklich nicht viel. Juwie hast du. Ja, also das ist ja so ein Trend, den gibt es auch schon einige Zeit und da, das war jetzt immer halt so ein bisschen ein Thema in den letzten Wochen. Du meinst Rust und Python? Genau, dass Leute Python-Tooling in Rust nachschreiben. Weil man gerne Rust lernen möchte und dann jeder, die Idee hat, dass es cool ist, noch der nächste Paketmanager, den man in Python scheiße findet, nochmal in Rust nachzubauen. Weil Rust das besser löst, vielleicht mit Cargo. Cargo ist ja relativ cool, ehrlicherweise. Ja, ja, genau. Die Idee ist natürlich auch so ein bisschen, also genau, es gibt ja jetzt zum Beispiel einen neuen, der nennt sich UV. Ist übrigens auch so ein bisschen mit Adrien Minunaras. Rai, genau. Der möchte ja auch, der ist ja auch eher in der Rust-Welt unterwegs und möchte eigentlich irgendwie so Cargo für Heiten bauen. Was ich eigentlich tatsächlich auch eine gute Idee finde. Wollte ich ja auch mal bauen. Im Prinzip ja, aber ja, die Frage ist halt immer, auf welche Art macht man das? Und zum Beispiel, was halt jetzt so ein Trend ist, ist halt das zu machen über Unternehmen, die das dann halt mit Venture-Capital bauen. Ja. Und da weiß ich nicht, ob das so eine gute Idee ist. Naja, andere Probleme hast du halt sonst, dass du nur so Leute, die das nur aus Spaß machen und die dann halt, wenn sie keinen Spaß mehr daran haben, dann das Ding halt wieder fallen lassen. Und das halt so kleine Projekte sind, das ist halt so ein bisschen der Trade-Off halt. Ja, also, aber das sind jetzt auf jeden Fall die gleichen, das ist auch das gleiche, das gleiche, die gleiche Firma, die hinter Ruff. Ja, genau. Und da zum Beispiel, ja, aber auch da muss man natürlich sagen, also sagen wir mal so, ja klar, also ich finde das auch alles schön, dass es schneller wird und so. Und schön, dass es dann mal jemand da Dinge voranbringt. Aber auf der anderen Seite, es gab jetzt auch so ein Video von Anthony Sauti zum Beispiel, wo er sagt so, also. Die Show Notes. Genau, packt man die Show Notes, wo er halt so sagt, hm, ich weiß nicht. Also Ruff implementiert halt da diese ganzen Tools nach, Plague Aid und so. Und im Grunde, das sind ja alles Sachen, die über Jahre oder vielleicht sogar Jahrzehnte irgendwie entstanden sind, sozusagen auch in der Form, in der sie jetzt da sind. Also da hat sich halt quasi so eine Erfahrung über eine ganz lange Zeit angesammelt. Und da steckt auch eine Menge Herzblut und Erfahrung von den Leuten, die das gemaintet haben über die Zeit drin. Ja, voll gut. Und jetzt kommt jemand und baut es halt einfach nach, so zu sagen. Ach, Open Source und wir haben doch. Ja klar, kann man natürlich schon machen. Ja, ist jetzt nicht verboten, aber und macht dann damit irgendwie so ein Ding, sammelt Launcher-Küttel ein und dann macht ein Geschäftsmodell draus. Das ist halt so ein bisschen, okay. Ja, aber das liegt halt am Lizenzmodell, liebe Leute. Das ist doch genau das, klar, ist das shady, wenn man tatsächlich Open Source dafür nimmt, damit Geld zu verdienen. Jetzt sind wir schon fast beim Freelancing, aber da gehen wir vielleicht gleich so ein. Ja, es gibt dann auch die andere Seite. Andere Leute meinten so, ja, okay, also Geld verdienen mit Open Source ist halt eine schwierige Sache. Immer wenn jemand kommt und sagt, ja komm, wir können das jetzt machen. Das ist ja auch alles Open Source im Grunde, was die Leute dann da tun, die Firmen machen. Wir machen das so, wir nehmen Venture-Küttel und dann können wir dann halt über das, weiß ich nicht, welches Geschäftsmodell auch immer dann halt Geld dafür verlangen. Und dann sagen alle immer, ja, mit Open Source Geld verdienen, gute Idee, aber so nicht. So haben wir uns das nicht vorgestellt. Und so ist das eigentlich bei jedem Ding, wo irgendjemand auf die Idee gekommen ist, wie man damit Geld verdienen könnte. Dass dann immer alle gesagt haben, okay, wir Geld verdienen im Prinzip gut, aber so jetzt nur auch wieder nicht. Und das ist halt, ja, so richtig den Steiner weisen hat da noch keiner gefunden und das ist halt immer problematisch. Wo ich das größte Problem mit habe, ist halt, dass eventuell da Dinge nicht mehr so funktionieren, wie sie halt früher mal funktioniert haben. Und dass sich Leute da quasi eine Abhängigkeit in der Infrastruktur aufbauen, die halt irgendwann wegfällt. Weil wenn, also entweder, weil man halt Schwierigkeiten hat, ein Geschäftsmodell zu finden, das halt ohne die Nutzer zu erpressen auskommt. Was halt irgendwie sich überrascht häufig als, das ist halt dann das Geschäftsmodell herausstellt, ne, bei Venture Capital. Also ich habe tatsächlich für sowas auch so einen Pick, was eine cool Idee ist, was ich finde. Also, ja, ich weiß nicht, soll ich den einfach vorziehen, ausnahmsweise? Ja, okay. Also ich wollte tatsächlich eine VS Code Extension picken und zwar gibt es die tolle Extension, die war mal toll, GitLens, die super hilfreich ist für alles, was mit Git zu tun hat, weil man halt da Vision Control machen kann und so. Was auch dasselbe Problematisch wird irgendwann von der Firma proprietär geschaltet mit Premium-Modus und auf einmal waren Features, die du vorher benutzt hast, einfach dann hinter der Paywall und so. Aber es gibt genau ein Commit, bevor das hinter diese Paywall gerutscht ist, halt ein Fork. Und der heißt GitLess. Ja, klar, gut. Und den wollte ich picken. Aber das ist halt einer von den Beispielen, ne. Vielleicht gut ist es, wenn man halt dann Zugriff auf den Source-Kurs hat und das halt einfach dann von der Lizenz, die halt offentlich auch frei ist, einfach forken kann. Und ich finde es gar nicht so schlimm, wenn du halt das Know-how von den Entwicklern da mit reinfließt, die halt vorher da gezeigt haben. Also die Frage ist halt, wie man damit umgeht mit den sowas wie Lorbeeren-Einheimsen oder sowas, sich mit fremden Federn schmücken. Das wäre schon gut, wenn das irgendwie so ein bisschen, zumindest die Ehre halber irgendwie berücksichtigt werden würde. Aber so von der technischen Seite, UV, um den Kreis zu schließen, ist eigentlich ein cooles Tool. Also es nervt auch ein bisschen, dass es fast so ist wie Pip-Tools und auf der Roadmap steht halt so, dass die anderen Funktionalitäten, die ich haben will, auch alle dazukommen. Aber ja, ja, also sieht schon ganz, es ist auf jeden Fall gut gemacht. Ja, also ich möchte dir gerne haben, bitte, wenn jemand Lust hat, bitte re-implementet MyPi, bitte nur ab. Das ist einfach fürchterlich langsam und nervig. Auch mit MyPiD und mit Tricks. Ja, keine Ahnung, welche Tricks du meinst, aber es ist fürchterlich. Auch die Pre-Commit-Hooks, es ist einfach totale, das muss halt seine eigene Wende ver- Es ist fürchterlich. Totale Katastrophe. Ja. Boah, er findet Jochen jetzt nicht so, habt ihr gerade gehört. Ja. Aber da einfach mal auch weglassen geht auch. Ich habe jetzt für einen Pre-Commit-Hooks und dann war das irgendwie eine Freude, nur den Teil ohne MyPi zu kopieren, weil das war sowieso so lang. Ich habe gedacht, oh, das verstehe ich alles nicht. Kurz davor, aber ich muss auch gestehen, warum ich es doch nicht mache, ist, weil es tatsächlich sehr, sehr viele Bugs findet. Fast immer, wenn sich MyPi-Commit-Hook beschwert, ist es ein Bug. Hm. Also manchmal ist es halt auch Quatsch, aber dann musst du Type-Ignore hinzuschreiben oder so, wenn du weißt, warum. Und dann manchmal schreibst du Type-Ignore hin und dann merkst du irgendwie zwei Stunden später so, oh, das war doch ein Bug. Okay, nee. Ja, das ist mir relativ häufig passiert. Ja. Dann musst du das wohl hinnehmen, dass es langsam ist. Ja, oder die überträgt für mich ein Rust. Ja, gut. Ja, mal schauen. Vielleicht macht es ja irgendjemand. Genau. Okay, ansonsten. Ich habe mir noch so Releases aufgeschrieben. Es gibt jetzt PyTest 8 oder Pidentik 2.6. Aber dazu will ich eigentlich, ja, ich habe auch, wahrscheinlich bin mir, ich vergesse jetzt ganz viele Sachen, die auch released worden sind, weil ich keine Zeit mehr hatte, nachzugucken, was alles seit dem letzten Mal passiert ist. Ja, vor allem, wir müssen die ganzen LLM-Sachen mal irgendwann nachholen. Da haben wir schon lange keine Folge mehr zu gemacht und da ist so viel passiert seit dem letzten Mal. Genau, nur zu dem Credits-geben-Ding, das sind auch Leute momentan gerade angesäuert, weil GitHub irgendwie sehr viel Werbung damit macht, dass Co-Pilot jetzt, also einmal machen sie jetzt so Dinge wie Co-Pilot Enterprise irgendwas, Co-Pilot Enterprise oder weißt du auch, wie auch immer sie das dann nennen, das Produkt und sagen dann, ja, dann kann es auch irgendwie Django super irgendwie Dinge kompleten und direkt irgendwie deine Modelle oder Views bauen oder was auch immer. Keine Ahnung, machen dafür sehr viel Werbung. Aber haben halt noch nie irgendwie irgendwas gesponsert oder auch noch nie irgendwas irgendwie zurückgespendet oder so. Da kann man ja auch sagen, so ihr… Das ist für mich dreist eigentlich, ja. Also wenn man sich halt überlegt, so als Beispiel, also ich glaube, Asia bringt sowas wie 10 Milliarden pro sechs Wochen, also weil das ist der Preis, den man bezahlt hat für OpenAI und Asia holt das halt in sechs Wochen oder so rein. Das heißt, man könnte ja irgendwann mal auf die Idee kommen bei den Wachstumsraten, die die gerade haben, unter anderem auch deswegen, weil das halt natürlich schön verknüpft ist mit den ganzen Asia-Services und so, dass man da einfach mal was zurückgibt, falls irgendjemand von Microsoft zuhört. Bettelt eure Vorgesetzten an, dass dann endlich mal so ein bisschen dann die Projekte auch weiterbringt, weil davon lebt ihr doch eigentlich, oder? Ja, also dafür sind es sich auf jeden Fall nicht zu schade da, dem Marketing-Vorteil mitzunehmen. Boah, wäre eigentlich nett, wenn man da mal auch ein bisschen was zurückgeben würde. Ja, genau, das war jetzt so noch, aber ansonsten stimmt, News waren diesmal nicht so viel, okay. Ja, dann vielleicht noch deine News, liebe Birgit, vielleicht wolltest du noch mal was zur Soft-Fax-Kammer erzählen, glaube ich. Die ist zwar hier lokal, glaube ich, nur angesiedelt, wir sind in Düsseldorf, aber ja, vielleicht doch. Ja, die Soft-Fax-Kammer, genau. Die Soft-Fax-Kammer, das hört sich immer so ganz hochoffiziell an, Kammer, ne? Ja. Man muss da Mitglied werden und ganz viel Geld bezahlen, nein, muss man natürlich nicht. Soft-Fax-Kammer ist entstanden aus der Software-Crafting-Community. Also Leute, die sich damit beschäftigen, wie man halt professionell gut, gute Software entwickelt. Also mit welchen Mitteln, mit welchen Prinzipien, das ist vollkommen technologieagnostisch. Und der deutsche oder der deutschsprachige Ableger davon hat sich halt so eine Soft-Fax-Kammer genannt. Und die gibt es in ganz Deutschland, in der Schweiz und in Österreich, durchsprachiger Raum, in verschiedensten Städten. Und wird halt organisiert von Leuten, die sich dazu berufen fühlen, das zu organisieren. Und ja, im Prinzip geht das über Meetups. Ich organisiere die Meetups hier in Düsseldorf, zusammen mit noch ein oder zwei anderen Leuten. Im Augenblick schläft es so ein bisschen nach Corona noch. Also ich versuche das gerade wieder ein bisschen in Gang zu bringen. Und ich organisiere das Treffen auch mit in Köln. Da sind wir ein bisschen aktiver, haben eigentlich fast jeden Monat ein Treffen dort. Und versuchen da aber nicht nur so vortragsgetrieben zu sein, sondern auch ein bisschen mehr in Richtung Hands-on zu gehen. Also, dass man einfach mal selber auch was ausprobieren will oder kann. Wir diskutieren auch mal über Bücher oder ja, einfach nicht nur Vorträge über gewisse Themen. Das Craftmanship. Das Craftmanship dahinter oder das Crafting. Also Manship darf man ja jetzt nicht mehr sagen. Oh ja. Genau, also dass wir da so ein bisschen mehr in Aktion treten teilweise auch. Genau, und dann zu verschiedensten Themen rund ums Software Crafting. Also ganz viel Richtung Testing und Richtung vielleicht auch Domain-Driven Design, Richtung Test-Driven Design. Solche Geschichten, aber auch alles rundherum, was da so mit rein spielt. Jetzt haben wir zum Beispiel als nächstes Mal sowas wie Summon-Coaching. Also wie kann man Leute dazu coachen, gute Software zu schreiben und so. So Themen behandeln wir da. Also hat überhaupt nichts mit irgendwelchen Programmiersprachen zu tun oder so, sondern es ist mehr so ein Rundrum-Thema, das mich da auch interessiert. Und deswegen habe ich es auch ein bisschen vorangetrieben. Also angefangen habe ich in Düsseldorf mit zwei Kollegen damals. Ne, angefangen hat es eigentlich die Corinna Baldauf damals in Düsseldorf. Die hat das dann aus privaten Gründen ein bisschen runtergefahren. Und dann habe ich sie angesprochen, ob wir das nicht weitermachen wollen. Und dann habe ich das mit zwei anderen Leuten weitergeführt in Düsseldorf. Und dann kam leider Corona und dann seitdem ist das ein bisschen eingeschlafen. Aber ich versuche das jetzt wieder ein bisschen in Gang zu bekommen. Das sind immer ganz coole Treffen. Ja, klingt total interessant. Warst du schon mal da? Ja. Achso, okay. Genau. Okay, alles klar. Ja, aber nee, ich meine, das ist ja tatsächlich auch dieses Thema, das ist ja immer auch für alle Sprachcommunities natürlich auch interessant. Ich habe ja auch dieses Buch Architecture Patterns with Python irgendwie, was ich immer empfehle. Repository Pattern. Ja, wo es halt auch nur um Domain-Driven-Design geht und Test-Driven-Development und so. Genau. Ja. Ja. Und das, genau, finde ich auch ein sehr interessantes Thema. Ja. Also wir nehmen dann auch manchmal so am Global Day of Code Retreat frei, wenn ihr euch das was sagt. Nein. Also Code Retreat ist ja so, da übt man mehr oder weniger Software zu entwickeln. Also das ist ja so, man sagt, so ein Musiker, der übt 90 Prozent seiner Zeit und 10 Prozent der Zeit performt er. Und wir Entwickler, wir performen 90 Prozent unserer Zeit und 10 Prozent üben wir vielleicht nur. Und diesen Übungspart, irgendwas vielleicht ein bisschen mehr zu automatisieren, dafür sind solche Code Retreats ganz gut. Also man nimmt sich eine kleine Programmieraufgabe und versucht die zu lösen innerhalb einer bestimmten Zeit. Und danach schmeißt man den Code komplett weg, redet drüber, was war jetzt gut, was war nicht so gut, wie wir das entwickelt haben. Meistens auch im Pair-Programming entwickelt. Und dann macht man eine kurze Pause und dann versucht man dasselbe Problem in derselben Zeit mit vielleicht noch zusätzlichen Constraints, die man sich so selber auferlegt, nochmal zu lösen. Und das den ganzen Tag lang, immer so halbe, dreiviertel Stunde, so kleines Problem. Das ist einfach nur eine Übungsaufgabe. Und man schmeißt aber hinterher nach dieser Zeit den Code immer komplett wieder weg. Also man hebt nichts auf. Also das ist so. Ja, das erinnert mich jetzt an eine Methode, die ich jetzt auswenden, was ist, wenn man jetzt so mit Legacy so eine Legacy. So Refactoring hat das, wie man da macht. Genau, da macht man das. Die Methode, die ich da kenne, nennt sich Mikado-Methode. Wo man halt auch immer dann einen Timer stellt und dann nach der Zeit hat man entweder, man nimmt das Kleinste, wo man sich denkt, okay, ich könnte da einen Fortschritt erzielen. Dann schreibt man sich halt einen Timer und wenn der Timer abgelaufen ist, dann sagt man, okay, das ist jetzt entweder fertig oder man sagt, man macht einen Eintrag, okay, ich bin hier soweit gekommen und dann da aber nicht weiter. Und macht einen Git-Revert und wirft den gesamten Code weg und dann macht man mit dem nächsten Ding weiter, sodass man dann halt so einen Baum kriegt, wo man überall schon war und dann so einen Überblick darüber, wie man das in kleinere Teile zerlegen kann. Bis man halt irgendwann an einen Punkt stößt, wo man dann etwas gelöst hat und dann von da aus geht man dann immer weiter und so, ja. Und so ein Code-Retreat ist eigentlich nur eine Zeit zum Üben und das ist nichts, was man später mal produktiv benutzt, sondern man nimmt sich so eine kleine Übungsaufgabe, so eine Cutter oder Coding-Dojo-Aufgabe. Welches nimmst du? Hast du eine Lieblingsplattform, wo du das hernimmst? Es gibt Cyber-Dojo, da gibt es richtig gute. Ich mag Code Wars, auch sehr gut. Code Wars ist auch gut, ja. Es gibt auch ein Liedgutmacher, wie viele oder sowas. Und bei diesem Global Day of Code-Retreat, der ist wirklich weltweit an einem Tag. Ein fester? Ein fester Tag, irgendwann im November. Okay. Und da wird immer eine Aufgabe gelöst und das ist immer Game of Life. Okay. Conway. Genau. Und man kann sich dann, also meistens ist es dann so organisiert, dass man dann einfach mal die erste Zeit ohne Constraints macht und später sagt man dann irgendwie, ja, mach das bitte mal testgetrieben. Oder dieses Ping-Pong. Also einer schreibt einen Test, der andere muss den grün machen, dann schreibt der andere wieder einen roten Test, dann muss der wieder grün machen. Manchmal auch so silent Ping-Pong, also man darf nicht miteinander reden, nur die Tests sollen sprechen. Klingt lustig. Man darf gewisse Sprachkonstrukte nicht verwenden. Oder bestimmte Sprachen. Oder man darf die Maus nicht verwenden, nur die Tastatur, solche Dinge kann man da halt alles ganz gut üben, dass man so Shortcuts kennenlernt und so solche Geschichten macht, ja. Ja, klingt tatsächlich sehr interessant, ja. Ja, ich glaube, das macht man echt zu wenig, da irgendwie systematisch Dinge üben. Einfach mal üben, ja. Wie viel Zeit nimmst du dir so pro Woche oder sowas für Neues oder für Üben? Also sind da vielleicht zwei verschiedene Sachen? Generell zu wenig. Ja, okay. Eigentlich, also wenn ich mich mal an so einem Thema festbeiße, kann das auch mal nächtelang dauern, dass ich mich da irgendwie mit irgendwas beschäftige, wenn es mich interessiert. Aber dann kann es auch wieder sein, dass ich mal wochenlang eigentlich gar nichts mache in dieser Richtung. Also Üben ist tatsächlich so systematisch, methodisches Üben, habe ich glaube ich schon lange nicht mehr gemacht. Das ist halt meistens so neues Wissen, irgendwie versuchen zu antizipieren. Und klar, das übt man dann vielleicht manchmal ein bisschen ein, weil man experimentiert halt mit dem Notebook rum, ja, um halt was zum Laufen zu kriegen oder so. Aber so richtig Methoden üben oder sowas, wäre eigentlich tatsächlich mal wieder eine gute Idee, finde ich. Ja, ne, finde ich auch. Ja, zu wenig. Ja, wie gesagt, Softwares kann man, wenn ihr das seht, auf Meetups sind wir zu finden, könnt ihr gerne hinkommen. Ja, cool. Ist für jeden offen. Klingt super. Ja, alles klar, dann würde ich sagen, dann können wir doch mal zum eigentlichen, haben wir das gesagt? Also das eigentliche Thema war ja Freelancing. Freelancing, okay, ja. Und da kommen wir drauf ein, also weil, machen ein paar Leute, machen wir Freelancing, habe ich gehört. Ja. Ja, also falls ihr irgendwie Software bauen wollt, dann schreibt doch einfach mal. Ja, dazu käme man dann eventuell noch, käme wir vielleicht, wenn wir über, wie macht man eigentlich Marketing und wie kommt man zu Kunden? Ich glaube tatsächlich, wir haben noch nie, also ich habe noch nie irgendwie Auftrag oder sowas über den Podcast oder so. Das hat tatsächlich noch nie irgendjemand gewollt. Insofern wäre ich jetzt etwas skeptisch, was die Aktivität als Marketing-Institut abgeht. Ich glaube einfach, dass die meisten Leute die Software kaufen wahrscheinlich nicht, die Leute sind, die Software selber schreiben. Und die Leute, die Software selber schreiben, brauchen wahrscheinlich selten Leute, die auch Software schreiben. Das wird wahrscheinlich der Grund sein, aber ja. Ja, aber siehst du mal, solche Überlegungen. Ja. Das Entwickler macht sich da einfach nicht so viele Gedanken. Das ist auch nicht ganz wichtig, weil wir hatten schon mal Leute, die wir dann aber weiter vermittelt haben. Ah ja, ja, ja. Ja, genau, also von daher, ja. Ja, wir wollten über Freelancing heute sprechen. Ja, aber vielleicht wäre das eine gute Gelegenheit für Birgit, sich vorzustellen, weil, genau, was wir so machen, ist ja eigentlich schon bekannt. Ja, ist es das? Für alle Leute, die alle unsere 55 Folgen bis jetzt durchgehalten haben, okay. Ja, ähm, vorstellen, genau. Ähm, ich bin kein gelernte IT-Lehrer. Ich habe Elektrotechnik studiert. Mhm. In den 90ern irgendwann. Und, ähm, Spezialisierung war technische Kybernetik und Automatisierungstechnik. Ja, das klingt cool. Klingt cool, ne? Ja. Ist quasi Messsteuerungs- und Regelungstechnik. Mhm. Ähm, damals, äh, das war noch zu, muss ich dazu sagen, ich bin Ossi. Also, ich habe in Dresden studiert. Damals hatte ich mit Rechnern überhaupt noch nichts zu tun. Wir hatten irgendwann mal so ein Assembler-Praktikum, da, hm, das war so, das war nicht meins. Und dann, irgendwann, ja, nach dem Studium bin ich, ich habe, achso, nee, während des Studiums bin ich mal für ein Semester nach Moskau gegangen, für ein Studium. Ähm, und da habe ich dann mir selbst C beigebracht, weil, was macht man in Moskau? Ja. Wetter oder so, ja. Und das konnte ich nachher ganz gut gebrauchen. Nach dem Studium war es dann, nee, ich habe sogar meine Diplomarbeit in C programmiert. Mhm. Ähm, ähm, und dann war es irgendwann soweit, dann, da musste man Computer nur richtig buchstabieren können, da hatte man schon einen IT-Job. Das war so Ende der 90er irgendwann. Mhm. Könnte, könnte sein, dass es heute immer noch so ist, ich weiß es nicht so genau, ich habe mich letztens gehört, meinte jemand, ja, also was technisches Verständnis angeht, was man braucht, wenn man einen Job bekommt, also eigentlich reicht es, wenn man am Fahrrad die Lampe anmachen kann, das sollte eigentlich auch so sein. Ja, das geht auf jeden Fall. Oder du bist halt Full-Stack-Entwickler in JavaScript oder so, ja. Oh ja, und dann, das war so die Zeit, wo das dann auch mit dem Internet anfing und HTML-Seiten schreiben und das hat mich halt interessiert, damit habe ich mich beschäftigt. Und dann hatte ich irgendwann einen IT-Job in der Beratung, ja, und dann hieß es immer, ja, du brauchst nur einen Tag Vorsprung. Vor deinem Kunden, ne, und genau so habe ich das eigentlich auch gesehen. Learning on the job, irgendwie bin ich dann auf C++ umgestiegen und irgendwann dann Anfang der 2000er Jahre dann auf Java, was ich immer noch mache. Ja, oh, jetzt haben wir vergessen zu erzählen. Lass mich kurz unter den Tisch halten. Normalerweise sind wir immer ein bisschen, ja. Ja gut, aber so. Also Jochen kann immer sehr nervös zu bleiben und nicht immer blöde Witzel. Das werden wir rausfinden. Ich dachte, das ist wahrscheinlich alles hinreichend ähnlich, was dieses Thema angeht, aber vielleicht ja auch nicht. Das ist ja auch spannend. Also insofern. Ja, und dann war ich halt Consultant ganz viele Jahre und das war immer so ein bisschen zweischneidig. Also man wurde dann immer bei Kunden angeboten, das Profil passte nicht so richtig. Ja, das hast du ja schon mal gemacht, schreib mal das in dein Profil rein, das geht schon, ne. Ja, dieser einen Tag Vorsprung, den man dann so braucht. Und also man konnte sich aber nicht so richtig irgendwie in dieser Richtung immer entwickeln, wie man das vielleicht einfach vorhatte. Also Consultant heißt, du gehst zum Kunden und machst da Projekte. Projekte, die dann Lösungen… Also beim Kunden, mit den Leuten von dem Kunden zusammen und so. Also Projektgeschäft, ganz normales Projektgeschäft. Aber ich hatte damals noch nicht so richtig die Traute, sag ich mal, mich da selbstständig zu machen. Das war im Hinterkopf, aber noch nicht so richtig das Selbstbewusstsein dafür. Ja, ich glaube, haben viele nicht von Anfang an das. Und irgendwann, ja, da war ich dann aber auch schon Mitte 40, da war ich dann soweit. Familienplanung abgeschlossen, Haus fertig gebaut. Das hat man endlich Zeit für die Wichtigen. Dann habe ich zu meinem Mann gesagt, ich probiere das jetzt, wenn es schief geht, dann gehe ich halt wieder in die Festanstellung. Und das war vor, ja, mittlerweile, ja, ich bin jetzt im zwölften Jahr Freelancer. Habe mich natürlich davor mit Leuten unterhalten, die auch Freelancer sind, wie sie das organisiert haben, was man zu beachten hat, wie sie das so machen. Die Tipps, die wollen jetzt alle Menschen auch hören. Und ja, dann habe ich es einfach gemacht und seitdem nicht wieder zurückgeschaut. Ja. Das klingt nach einer Erfolgsgeschichte. Ja. Also ich finde, wir müssen halt trotzdem mehrere Seiten beleuchten. Das natürlich auch, die Risiken sind ja nicht ohne, würde ich auch sagen, ja. Nee, das stimmt. Also die Frage ist halt, man muss halt schon, sein Produkt ist man halt selbst. Und das muss halt auch irgendwie verkaufbar sein. Ich hatte tatsächlich, ich habe so angefangen, dass ich zu meiner Firma gegangen bin und habe gesagt, ich möchte mich selbstständig machen. Aber ich würde gerne in dem Projekt bleiben, wo ich jetzt gerade bin. Das ist eine gute Idee, glaube ich. Aber haben die Ja gesagt oder nein? Also kommt da auch ein bisschen drauf an, ne? Ich sage, und ihr könnt mich ja einstellen als Freelancer und an den Kunden verkaufen. Ja, und dann haben sie gesagt, ja, machen wir. Alles gut. Dann habe ich den Vertrag gekriegt. Das war so im Dezember für Januar dann halt, ne? Ja. Und am 23. Dezember haben die dann den Vertrag zurückgezogen. Oh. Yay. Frohe Weihnachten. Ja, ich meine, ich finde ich jetzt interessant, weil ich meine, da sieht man natürlich schon so einen gewissen Interessenkonflikt, also was ich oft kenne. Und die Realität des Freelancings. Ja, wenn Leute sich selbstständig machen, gerade so in dem, wenn man quasi als Berater für eine andere Firma bei einem Kunden ist, häufig, dann kommen ja vielleicht sowohl der Kunde wie auch der zukünftige Freelancer irgendwann auf die Idee. Also, warum machen wir das nicht so irgendwie, dass die Firma, die mich hier hinschickt, eigentlich, braucht die das Geld wirklich so dringend? Wir könnten das auch einfach nehmen und teilen, sozusagen, ne? Ja, ne, 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 die Firmen ticken ja da anders. Die haben gerne Vermittler dazwischen, weil sie halt nicht mit jedem einzelnen Freelancer irgendwie einen separaten Vertrag haben wollen, sondern die haben dann so Rahmenverträge mit den Vermittlern. Ja, klar, aber ich würde denken, das ist normalerweise weniger als das, was eine Firma quasi bekommt, wenn sie jetzt einen Arbeitnehmer mehr oder weniger ausleiht. Also, der Vermittler bekommt, ja, weiß ich nicht, die kommen so 20 bis 30 Prozent oder so. Ich denke, das ist weniger. Aber ich weiß es natürlich ehrlich gesagt auch nicht. Weil man jetzt sagt, okay, du, dem, dem, dem Arbeitgeber sagt, okay, du kannst jetzt von der Rolle des, du bist mein Arbeitgeber in die Rolle des, du bist mein Vermittler und kriegst immer noch 30 Prozent, ist immer noch mehr als null. Also, insofern auch nicht so schlecht für dich. Geht vielleicht auch ganz gut, ja. Naja, jedenfalls hatte ich da keinen Vertrag mehr. Und dann war so ein bisschen Panik angesagt. Quasi bevor es überhaupt gestartet hat, ne? Aber der Kundner hat gesagt, nee, wir wollen dich weiterhaben. Wir finden für dich einen Vermittler. Okay. Oh. Und das haben die dann auch gemacht. Komm erst mal her, fang an, den Vermittler kriegst du später. Aber das hat dann, das hat dann ganz gut geklappt. Also, ich hatte dann meine Vorstellung natürlich, du musst dir schon einen Plan machen. Also, wie viele Stunden willst du arbeiten? Was rechnest du an Urlaub ein? Nein. Wie viele Wochen willst du, was weiß ich, auf Konferenzen oder auf irgendwelchen Schulungen rumhängen? Was denkst du, wie oft du krank bist? Ja. Und rechnest du dann halt ein bisschen hoch, was, und dann rechnest du, was musst du einnehmen, um halt deine ganzen, ja. Um die Kosten, also dein Leben auch. Um dein Leben finanzieren zu können. Also, ich hatte gerade das bei vielen jungen Leuten, die waren relativ günstig am Anfang, wo ich sagen würde, das ist ein Fehler. Ja. Deine Krankenkasse zu bezahlen und, 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 und. Du musst natürlich auch ein bisschen was zurücklegen, ne, für, wenn du mal krank bist. Ja, genau. Weil, also, du dachtest, dein Vertriebsaufwand nicht vergessen. Also, wenn du nämlich mal einen Durststrecke hast und gerade keine Kunden hast, dann zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Monate, man weiß es nicht genau. Klar ist am Anfang so die Zündung ein bisschen kürzer, da muss man halt genug zur Seite gelegt haben, um den Vertrieb machen zu können, um Leute fragen zu können, um was zu finden halt auch, ne. Ja, und, ja, dann habe ich gesagt, okay, halt Stundenzahl X im Jahr Maximum, was, und dann einfach, was muss ich einnehmen und dann runtergerechnet, was kostet die Stunde. Ja. Und, und, und davon bin ich aber auch nicht wirklich abgewichen. Also, da muss man dann schon sagen, nee, das koste ich, muss ich halt so hinstellen, selbstbewusst und sagen, und unter dem kriegst du es nicht. Ja, muss man halt auch dann bringen, ne. Das Problem ist halt, also, es gibt halt dann irgendwann so einen Sweetspot, würde ich sagen, weil, ähm, viele Firmen haben halt so einen Satz, den die halt zahlen, einen Tagessatz, so an externe Agenturen oder sowas. Und wenn man da halt dann irgendwie drüber liegt, dann ist den halt zu teuer, dann machen die es halt dann nicht. Und wenn man halt drunter liegt, dann sage ich, oh ja, super, mache ich jetzt halt quasi sofort und freuen sich, stecken sie in die Tasche. Aber sie schätzen sich dann auch oft nicht zu werden, denken so, ja, vielleicht ist das aber auch nicht so der Gute, ist ein bisschen unerfahren oder sowas, ne. Das ist halt oft, daran sieht man auch schon ein bisschen vielleicht, ja, Erfahrung, obwohl das nicht immer der Fall ist, also. Wobei, ich würde, ich persönlich würde von Tagessatzen abraten, ich mache immer Stundensätze, weil, ähm, die sagen dann, so ein Tag hat acht Stunden, wenn du mehr machst, ja, Pech, wenn du weniger machst, kriegst du halt weniger, ne, also. Aha, okay. Also, du kannst dich auch nicht, du darfst dich dann nicht verrechnen miteinander, hast mal einen Tag zwei Stunden mehr gemacht, den anderen Tag zwei Stunden weniger, na. Also, seltsam. Also, das war damals, jetzt kann man es weniger gut kontrollieren, sag ich mal, im Homeoffice, äh, habe ich jetzt nicht gesagt. Aber damals war man halt vor Ort beim Kunden noch, ne, also als ich angefangen habe, 2013, da führte auch kein Weg rein, äh, nur im Homeoffice zu arbeiten. Aber das ist auch so eine Sache, wo ich halt auch Probleme habe, wenn der Leute halt tatsächlich sagen, ey, wir wollen jetzt aber 40 Stunden komplett deine Präsenz haben in irgendwelchen Projekten, das finde ich halt einfach zu viel. Das ist halt eigentlich auch nicht gut für Effektivität, finde ich. Und weil, also, ich finde, 40 Stunden die Woche komplette Vorleistung bringen auf dem Niveau, das ich gerne hätte für den Satz, finde ich halt schwierig. Das ist so ein bisschen. Gut, dann ist halt da die Frage, was, was vielleicht ein Auftraggeber sucht, ähm, und, ähm, das, was ich, äh, der freundliche Begriff, glaube ich, den ich dafür höre, ähm, also, ich mach das auch, äh, häufig, äh, nennt sich so Team Augmentation, oder halt, äh, das Body Leasing. Ja, moderne Sklavenhaltung, ja, äh, das, äh, ja, ähm, man arbeitet halt quasi wie so ein normaler Mitarbeiter halt in einem Team mit. Ja. Und wenn die anderen halt so arbeiten, dann ist es halt schwer zu sagen, ja, könnt ihr alle so machen, ich bin halt ganz anders. Das ist halt vielleicht, äh. Also, ich, 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 ich hab wirklich auch so angefangen, also mit diesen 40-Stunden-Wochen, man muss das so ein bisschen lernen, dazu einfach zu sagen, ähm, ich bin jetzt mal zwei Tage gar nicht da, einfach mal, einfach mal so. Oh, in aller Regel hab ich aber schon so einen, so einen Tagesablauf, dass ich, was weiß ich, um acht am, am Rechner sitze und, und dann bis 17 Uhr mache, äh, und dann vielleicht auch noch darüber hinaus, ne, also, dann aber meinen privaten Kram oder anderen Kram. Aber was ich zum Beispiel bisher nie hatte, war, dass ich so zwei, drei Projekte parallel hab. Ich hatte immer so ein 100-Prozent-Projekt. Ja, also Kontextwitch ist auf jeden Fall sehr teuer, ne, so Sägezahn-Problem, das ist da sehr, sehr schwierig. Was ich jetzt, was ich jetzt so mittlerweile mache, ich geb zur Zeit, äh, ab und zu mal Schulungen, dann zieh ich mich halt aus dem Projekt raus und bin dann halt mal drei, vier, fünf Tage, äh, weg, wo ich Schulungen gebe. Und, äh, ja, das bringt dann ein bisschen Abwechslung rein und man, äh, ist nicht so Vollzeit in dem Projekt drin. Aber ich hab auch Tage, ja, das ist halt nicht so viel Arbeit, dann machst du halt mal nur einen halben Tag, aber andere Tage, dann ziehst du mal zehn Stunden durch, das kommt auch vor. Ja, das kommt sehr drauf an und es ist so ein bisschen, also ich find, dass mit dem, acht Stunden geht halt nur dann, wenn halt da so irgendwie Meetings dazukommen oder so ein bisschen Gequatsche halt oder so, ne. Weil ansonsten, also ich find, so reine produktive Zeit, die sinkt irgendwie in die Aufmerksamkeit und Spanne halt und dann wird halt der Output auch geringer und das find ich irgendwie eher blöd. Und ich mach dann halt eher Schluss, also bei mir ist so Speedport so, sagen sechs Stunden oder sowas und, ähm, dann, dann bin ich maximal produktiv. Und wenn ich das halt, äh, also klar, geht mal so ein bisschen Quatsch-Time, wenn wir zwei, drei, vier Wochen mal irgendwie so ein bisschen mehr machen, ist das kein Problem. Aber irgendwann merkt man schon, dann ist der Akku so ein bisschen näherer und dann kommt man nicht mehr so leicht in die Gänge, wie man das gerne hätte. Ich weiß nicht, ob es anderen Leuten anders geht, aber. Aber ich mach auch, ich mach auch wirklich, ähm, viel, viel Urlaub zwischendurch und, äh, nehm mir die freie Zeit oder, äh, geh auf Konferenzen oder, äh, spreche auch auf Konferenzen, das musst du ja auch noch vorbereiten und, äh, solche Sachen. Äh, ich war letztens zum Beispiel auf der OOP in München, da hab ich gesagt, okay, ich bin halt die ganze Woche dann auf der Konferenz. Hab da gesprochen, dann kommst du ja auch frei rein und dann bin ich halt die ganze Woche da geblieben. Und dann konnte das Projekt Projekt sein, das war mir dann egal. Ja, aber das ist ja eigentlich auch das, was meine Zeit dann gewesen ist. Das ist meine Privilegien, die man erst wieder hat. Und man kann sich halt auch aussuchen, äh, in welche Richtung man sich da weiterbilden will oder weiterarbeiten will. Genau, und das, wie gesagt, ich mach das jetzt seit, im zwölften Jahr jetzt, und ich hatte noch nie unfreiwillig eine lange Pause. Also wenn, dann war es eine gewählte Pause. Dass ich mal gesagt hab, ich mach mal einen Monat nix, so, ja, fahr mal weg. Ja, das spricht ja auch für dich, dass dann, weiß ich, also, ne, Word auf Maus, dass man sagt, ah, die Birgit, hast du super gemacht, sag doch mal Bescheid. Das ist halt auch oft, glaube ich, so, ne, dass halt so ein bisschen das weitergetragen wird. Ja, dieses Meetup organisieren und auf Konferenzen gehen und dort sprechen, das bringt dir schon auch viel an Netzwerk. Und das kannst du halt immer dann anträgern. Das muss man sich aber auch erst aufbauen, ne, das… Da musst du an deine Marke denken und deine Marke arbeiten. Genau, und das ist halt neben dem Projekt immer noch on top, ne. Also, muss man dazu sagen, ich hab jetzt keine Kinder, also keine Familie in dem Sinne. Mein Mann ist da recht pflegeleicht, wenn ich viel am Rechner sitze. Ich stell mir das schon schwieriger vor, wenn man dann wirklich da vielleicht noch familiär anders eingebunden ist. Also, da staune ich dann immer über diese Leute. Ja, also, früher, als ich angefangen habe oder bis dann, bis ich dann irgendwie auch viel Kinderbetreuung mit übernommen habe, hab ich auch mal 40 Stunden Verträge gemacht eigentlich und hatte auch das Gefühl, dass es nicht so einfach ist, was anderes zu machen, weil man muss man das begründen und dann, ja, also irgendwie schwierig und dann aber mit Kindern ging das halt gar nicht mehr. Weil, da muss man halt zu bestimmten Zeiten an bestimmten Orten sein und so weiter, ja. Dann geht das halt nicht. Und jetzt momentan schaffe ich so, ja, 20 bis 30 Stunden so und das ist deutlich schwerer, dass, also aus meiner, also ich gefühlt schwerer zu verkaufen Kunden als die 40 Stunden. Die 40 Stunden ist deutlich einfacher. Ja, die wollen immer alle den ganzen Arm und alles sofort. Ja, und das hätte ich am Anfang wahrscheinlich gar nicht machen können. Inzwischen geht das halt, dass ich halt sagen kann, ja, so sieht es halt aus. Na gut, geht irgendwie. Aber früher wäre das wahrscheinlich gar nicht gegangen, ja, insofern. Ich glaube, da hat sich auch so ein bisschen vielleicht die Philosophie geändert. Aber ich finde es auch ehrlicherweise tatsächlich, also manche sind halt, Projekte sind auch eh ein bisschen kürzer und Leute waren immer schnell, schnell und direkt und sofort fertig. Und ich finde das eigentlich, also ich persönlich finde es viel angenehmer, Projekte mit so Leuten, die so ein bisschen mehr Teilzeit da sind, weil die sind in der Zeit, in der die da sind, eigentlich produktiver. Und ich schaffe ganz ehrlich in der Zeit mindestens genauso viel meistens, wenn ich halt so ein bisschen ausgeruhter bin und einen wachen Geist habe. Und das ist halt so, weiß nicht, würde ich so sehen. Und das ist so ein bisschen so die Challenge. Ich glaube, Menschen so zusammenzubringen auf so eine modernere Art und Weise, da halte ich relativ viel von. Also ich glaube, dass das viel produktiver ist als, ich sag mal jetzt, je nachdem, welche Firma man guckt, dann sind fest Angestellte da, das ist natürlich ein bisschen anders beim Freelancing, ja. Ja, aber deren Motivation ist teilweise so der Art im Keller, also dass, selbst wenn die dann 40 Stunden da absitzen, sag ich das mal blöd, ja, das bringt nicht so viel. Ja gut, aber so eine Verteilung hast du ja auch überall, dass es halt Leute gibt, die motivierter sind und weniger oder die ganzen Widrigkeiten. Also mein Anspruch als Freelancer zum Beispiel ist immer Vollgas halt, ne? Ja, genau, ich denke, das ist auch das, was halt wahrscheinlich ein Auftraggeber halt den Anspruch, der er hat, dass halt vielleicht, was heißt Vollgas, keine Ahnung, was das bedeutet. Aber ich meine, dass du halt jemanden hast, der schon in deinem Interesse irgendwie versucht, Dinge voranzutreiben, wenn du das wahrscheinlich bei, ja, Angestellten halt auch davon ausgehen musst, aber das halt erfüllt sich vielleicht nicht unbedingt immer so. Ja, das ist wohl so. Ja, da sitzen halt dann Entwickler, als Angestellter sitzen Entwickler einfach an den Gang hebeln, da kann der Projektmanager ja so viel rumfuchteln mit der Peitsche, wie er lustig ist, dann kannst du ihm die Peitsche... Ja, genau, dauert halt noch einen Moment. Ja, was ich halt ganz angenehm finde als Freelancer, du bist halt zwar in diesem Projekt drin, aber du bist aus dieser ganzen Firmenpolitik raus und diese Politikscheiße in den Firmen... Oh ja, ja. Ihr habt Scheiße gesagt. Die nervt ja so an. Ja, die will niemand haben eigentlich, ne? Die will niemand haben und ich kann mich da... Ja, das ist aber notwendig, wenn man das machen, so eine Karriere im Konzert machen möchte, muss man das unbedingt mitmachen. Ja, weil da kann ich mich halt komplett rausziehen und sage, macht ihr mal, entscheidet ihr. Ich nehme dann die Entscheidung entgegen. Ja, lieber konstruktiv, produktiv an Dingen arbeiten, das ist viel besser, das macht viel mehr Spaß, ja. Oder ich nehme dann die Zeit, die sie dann brauchen, um sich da irgendwie einig zu werden, um mir selbst wieder irgendwas beizubringen oder was zu üben oder keine Ahnung, was zu machen. Ja, das ist übrigens noch so ein Punkt, ich sage, absolut essentiell ist halt Curiosity, ne? Also Neugier, ohne Neugier wird es schwer. Aber das, genau, würde ich auch sagen, ist ein großer Vorteil am Freelancer sein. Ich bin das ja so ein bisschen unabsichtlich geworden und ich hatte zwar nicht so geplant alles, irgendwie wenn da so mehr so reingrutscht, aber mehr zurückblickend, ich mache da jetzt auch schon, also ein richtig langes, großes Projekt hatte ich, 2013, also auch quasi fast genauso lang, dass einer der Hauptvorteile ist gegenüber, ich war vorher lange angestellt, ist halt tatsächlich dieses, dass man sich nicht so stark mit der Firma, für die man arbeitet, identifiziert, würde ich das jetzt mal umschreiben, weil oft ist ja, ich habe mich nie gerne mit Politik oder mit diesen Geschichten beschäftigt, aber wenn man sich stark mit dem, was die Firma macht, identifiziert, weil man auch sehr viel Zeit da reingesteckt hat und wenn man das gerne, dann fühlt man sich irgendwie gezwungen, das zu tun und da mitzumachen, weil man das Gefühl hat, dass man die Sachen sonst nicht in die Richtung bewegen kann, wie man das möchte. Und das ist halt unter Umständen sehr schmerzhaft und das ist beim Freelancing sehr viel angenehmer. Also ich finde das deutlich angenehmer, dass man, dass ich halt, ich kann immer noch diesen, ja, weiß ich nicht, Drang danach, irgendwelche Dinge zu verbessern haben und Sachen machen, aber ich muss mich jetzt nicht mit dem Ziel in der Firma identifizieren und bin davon so ein bisschen… Genau der Punkt, wenn man das aus dieser Zielperspektive, ob jetzt OKR nehmen oder was auch immer, betrachtet, dann ist halt tatsächlich das Objective des Commitments, für das Erreichen des Objectives intrinsisch, weil das ja dein eigenes Ding ist und halt nicht von der Firma. Deswegen ist es von Anfang an halt da, was… Also ich finde es auch super, das ist eigentlich das, was man möchte, wenn man so Results erreichen will. Und ja, das ist halt tatsächlich, wenn man bei der Firma nur angestellt ist, vielleicht nicht immer so gegeben. Ich meine, das hängt auch ein bisschen davon ab, ob man sich mit diesem Purpose des Projekts oder sowas identifizieren kann oder wie so die politische Situation in der Firma ist oder so. Aber ja, das gehört total dazu. Also ja, man lebt, man sagt zwar, man könnte ja auch jeden Tag dann, wenn es einem nicht mehr gefällt, einfach sagen, ja und tschüss. Aber das ist auch mutig dann. Aber das, ich selbst habe es noch nicht wirklich gemacht. Also ich, das muss man dazu sagen, ich bevorzuge, du machst ja so meistens so Verträge, die über eine gewisse Laufzeit gehen. Ich bevorzuge eher kürzere Laufzeiten. Also so irgendwas zwischen einem Viertel und einem halben Jahr. Eigentlich lieber ein Vierteljahr. Weil wenn es dann mal, wenn dann mal die Chemie nicht mehr stimmt, kannst du halt sagen, okay, das Vierteljahr stehe ich irgendwie noch durch und dann bin ich hier aber weg. Viele Arbeitgeber oder Firmen haben Angst vor sowas, weil sie wollen ja eigentlich langfristiges Engagement, langfristige Mitarbeiterbindung haben. Die wollen sich Assets in der Firma aufbauen, damit sie die auch, ne? Das ist so ein bisschen, das widerspricht dem so ein bisschen. Ja, 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 aber ich habe schon öfter die Diskussion gehabt und ich atme immer ganz tief durch, wenn der Kunde ankommt, ja, wir würden dich gerne um ein Jahr verlängern. Oder deinen Vertrag, also nicht mich, sondern. Wir haben hier diese Zeitstreckbank und dann verlängern wir mal, bis du auswachst. Also wir würden gerne deinen Vertrag um ein Jahr verlängern. Dann komme ich immer so, puh, will ich das? Dann fahre ich oft, dass ich sage, können wir nicht uns auf ein halbes Jahr einigen? Wie magst du uns etwa nicht mehr? Willst du wieder weg? Was machen wir denn jetzt? Das ganze Wissen, was du abgerüben kannst. Nein, aber die können ja danach nochmal ein halbes Jahr gerne haben, wenn das noch passt. Aber ich habe es eben auch schon erlebt, dass sich innerhalb eines Projektes dann die Gegebenheiten rundherum um das Projekt so krass geändert haben, dass es einfach nicht mehr richtig, also das ist einfach kein Spaß mehr. Weil die länger laufen tatsächlich irgendwann super anstrengend, weil auch diese ganze strategische Konzepte in der Arbeit, am Anfang mal so ein bisschen mehr grüne Wiese, kann so ein bisschen sich austoben und produktiv sein und irgendwann geht es dann so nitty-gritty Details und du denkst, warum denn jetzt so? Und dann hängst du doch in der Politik drin und denkst, oh nee, kein Nerv. Ja, das ist das Risiko, was man als, glaube ich, Arbeitgeber mit Freelancern hat, weil die sind da relativ sensibel für und haben eine gute Nase, was das angeht, ja. Also ich sage dann den Kunden auch, ja nee, also ich renne jetzt nicht einfach weg, ich erfülle schon meine Verträge, also wenn es irgend geht. Aber es gab auch Situationen, wo du sagst, ja nee, die Chemie klappt gar nicht mehr, wir müssen uns jetzt hier trennen. Ja, ich meine manchmal ist ja auch keine Zeit vereinbart, sondern dann machst du halt einfach Teil mit Material oder sowas und dann guckst du halt an ein Projekt und dann ist halt tatsächlich, also von beidseitig dann halt, wenn du jemanden kann, dann kannst du sagen, okay, Montagmorgen 8 Uhr, ja, danke, das war es jetzt, next please. Ja, wie du schon sagtest, ne, kurz vor Weihnachten. Ja, super. Ja. Ja, das gibt es zwei Wochen nach Kindgeburt, irgendwie mit Baby im Arm, auch super, ja. Ja. Aber davor sollte man auch keine Angst haben, also. Ja, also vielleicht schon, also weil das ist schon hart dann, ja, man muss halt sich vielleicht so ein bisschen mental darauf vorbereiten, dass das halt passieren kann, sollte sich dieser riesigen Bewusstsein. Nein, also ich würde sagen, jemand, der so ganz, ganz viel Sicherheit sucht und der diese Instabilität überhaupt nicht vertragen kann, ist es wahrscheinlich nicht die richtige Wahl. Es ist schon kuscheliger in so einem. Es hilft natürlich, weil man weiß, man könnte jetzt auch das nächste halbe Jahr einfach mal nichts machen und es würde finanziell nicht. Ja, das ist natürlich total super. Das ist eine, in der Situation würde ich sagen, ja, machen. Also ich würde auch sagen, man sollte gewisse Rücklagen haben. Ob das jetzt ein halbes Jahr reichen muss, weiß ich nicht, weil das ist ja auch schwierig, ne, das ist so viel, aber ein bisschen rauszuhauen, dass man nicht sofort, ja. Also natürlich, ich mache das ja jetzt schon eine Weile, man hat sich die Rücklagen geschaffen und mit diesem Gewissen kannst du dann eben auch sagen, okay, ich suche mir jetzt dann ein Projekt, was wirklich passt für mich, ne, und was mir dann Spaß macht und in meine Richtung geht, in die ich gehen will. Also, ja, das, aber da hinzukommen, ja, das braucht schon eine Weile, ne, also. Ja, ja, klar. Und auch eine finanzielle Disziplin irgendwo, ne. Ja, also auch da ist dann eine Frage, auch dann, ne, die Form, welche, da kann ich jetzt mal über die Rechtsform, hat man sich dann da überlegt, ist man halt als Einzelunternehmer unterwegs oder halt in einer Kapitalgesellschaft, da gibt es ja unterschiedliche Ideen, wie man das machen kann, was dann auch Implikationen für Buchführung hat oder so, ja. Ja. Und da muss man bestimmte Sachen halt zurücklegen und Abschreibung machen, Steuern muss man berücksichtigen. Das lokale Finanzamt redet da auch mit, weil zum Beispiel, ob man jetzt Freiberufler ist oder nicht, das entscheidet halt tatsächlich das Finanzamt. Also, als ich angefangen habe, hat mein Finanzamt halt gesagt, ja, Freiberufler, kein Problem, bist du. Und dann hat man aber das Problem, genau, dann braucht man die Disziplin, um zu sagen, so, die Hälfte lege ich mal weg, weil ich muss ja auch noch Schatz. Genau, genau. Steuern kommen halt, dann werden dann halt, ne, ist halt B2B. Ich hatte halt mir von Anfang an einen Steuerberater gesucht und der sagte, ja, im ersten Jahr, du weißt ja noch nicht, was du verdienst, machen wir mal den Mindesteinkommenssteuersatz, setzen wir mal an. Aber man muss dann halt im Kopf haben, dabei bleibt es halt nicht. Und dann wirklich, wie du sagtest, die Hälfte zurücklegen und dann so spätestens nach zwei Jahren kommt nämlich der dicke Hammer und dann steht da so einander vor der Tür und will 60.000 Euro von dir haben. Und ja, wenn du die dann nicht auch erkannt hast. Steuerprüfung und so weiter, ja, das wärst du dann doch sicher. Aber wenn du dann das so gemacht hast, dann hast du dieses Geld halt. Tut dann ein bisschen weh, weil… Das sah so schön aus, aber… Das sah so schön aus, aber… Aber es waren ja nicht deine. Nicht deine, das musst du… Du hast halt in der Zeit vielleicht ein paar Zinsen gekriegt dafür und nicht der Staat. Ja, also die Disziplin muss man schon haben und man muss sich halt so ein bisschen… Bei mir war es halt am Anfang noch sehr viel Zettelkram, den du dann einmal im Monat in den Briefumschlag gesteckt hast und dem Steuerberater geschickt hast. Mittlerweile ist das halt auch alles elektronisch. Man muss sich halt auch einmal im Monat hinsetzen und das Zeug machen. Umsatzsteuer, ja, und all diesen Zipp und Zapp, die man da nicht hat, ne? Man muss sich halt wirklich damit eigentlich auseinandersetzen. Es gibt halt bestimmte Dauerfristverlängerungsanträge, die man je nachdem… Ja, wie gesagt, bei mir macht es der Steuerberater. Ich löhne aber auch ganz gut dafür, wenn man das jetzt nicht machen will, muss man sich halt selbst damit beschäftigen. Ich wollte das nie. Also zum Beispiel, wenn du jetzt in der Gesellschaft gründest, dann kannst du das ja gar nicht. Dann bist du ja buchführungspflichtig. Dann musst du halt einen offiziellen Steuerberater haben, mit Sätzen und so weiter, der pro Jahr schon einiges abhaben will von dem und so. Ja, aber ich könnte, ich bin Einzelfreelancer, ich könnte das auch ohne Steuerberater machen, aber da habe ich einfach gar keinen Nerv drauf. Wie gesagt, da arbeite ich lieber zwei, drei, vier Stunden länger und bezahle den. Ja, ja, okay. Weil ich da keinen Nerv drauf habe. Kann ich total verstehen, das ist immer super. Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass es nicht einfacher wird, egal wie viele Zettel da irgendwie. Ja, aber ich meine, diese Disziplin kann man sich ja auch so ein bisschen erzwingen. Also da sind wir ja so ein bisschen bei der, wie ist eigentlich die Form von so einer Freelancer-Tätigkeit? Und wenn man Freiberufler ist oder so, dann hat man da schon viele Eigenverantwortungen auch. Aber zum Beispiel, was ich jetzt seit einiger Zeit mache, ist, ich habe dafür eine Kapitalgesellschaft, aber eine ganz, also ich weiß, ich glaube, die ist auch, ich dachte, das hängt halt auch davon ab. Ich glaube, eine GmbH, da muss man dann bilanzieren und so. Bei einer UG auch? Bei einer UG nicht. Ja doch. Ich mache das nicht. Mein Steuerberater macht das nicht. Bei einer GmbH brauchst du ja auch eine Grundkapital. Dann aber, Jochen, das kann einfach nicht sein. Doch. Nein, das kann nicht sein. Okay. Dann, das musstest du, müsstest du bitte nachgucken, weil wenn die sonst prüfen, dann hast du ein Problem, weil die machen auch eine Schätzung. Ich hatte auch schon, ich hatte schon eine Steuernprüfung. Ja, das muss der machen, tatsächlich. Ja, das ist der Schluss. Nee, Gewinnüberschussrechnung reicht. Also in meinem Fall. Also, dann hat es schon geprüft und fand es gut. Also insofern. Also, weil tatsächlich, also Kapitalgesellschaft ist Kapitalgesellschaft und die sind bilanzierungslich. Ich weiß es nicht. Steht im HGB. Egal. Wie auch immer, das muss ich wohl nicht machen. Laut meinem Steuerberater, keine Ahnung. Aber, ja, der Vorteil, den das hat, ist, dass ich quasi mir, also die Rechnung über die Firma ausstelle und dann zahle ich mir halt einfach ein Gehalt wie ein Angestellter. Das heißt, ich habe sozusagen gar nicht das Problem, dass ich jetzt halt die privaten und die geschäftlichen Ausgaben irgendwie so vermischt habe, dass mir eventuell dann der Überblick irgendwie flirten geht, wann ich... Auch da muss man halt so ein bisschen auffassen, weil das muss eigentlich ein stabiles Gehalt sein und du kannst dich die ganze Zeit hoch und runter gehen und anpassen, wie du lustig bist, weil auch das andere Rechnung hat. Das habe ich auch inzwischen rausbekommen. Ja, genau. Das muss natürlich stabil sein und so. Klar. Aber wenn man das so macht, dann ist es relativ entspannt eigentlich. Dann, ja, genau, muss man sich da eigentlich keine großen Gedanken mehr machen. Ja, aber es gibt halt tatsächlich so ein paar Regeln, die man vielleicht kennen sollte und das schadet wahrscheinlich nicht, sich mit einem ordentlichen Juristenabfühl zu unterhalten und sowas. Ja. Genau. Aber es gibt auf jeden Fall Möglichkeiten, wie man das auch noch anders gestalten kann. Aber jetzt sind wir gerade schon beim juristischen Teil. Also man muss natürlich auch ein bisschen gucken, wie sind die Verträge dann gestaltet mit den Kunden. Oder oft ist man ja nicht direkt beim Kunden, sondern irgendwie über einen Vermittler drin beim Kunden. Also irgendwie noch so eine Zwischenstufe. Die dann die Prozente haben wollen, ja. Ja, wie viele, ich sage mal, ich will gar nicht wissen, wie viele die dann noch draufschlagen. Solange ich das kriege, was ich haben will, ist mir das Wucht. Wenn sie gut verhandeln, kriegen sie mehr. Ja. Aber man sollte sich schon die Verträge, die die einem dann da vorlegen, schon ganz gut angucken. Also was steht da drin? Ja, also das ist gar nicht immer so einfach, weil da viel Haken und Ösen drin sein kann, wenn man sich mit sowas juristischen Krams nicht so auskennt. Ja. Also im Zweifel sollte man dann halt mal einen Anwalt bemühen und den drüber gucken lassen. Genau. Mit der Zeit und je mehr Verträge man so macht, man hat ja was, was ich, in meinem Fall im Zweifel jedes Vierteljahr einen neuen Kunden. Schon mal gesehen. Oder dann auch mal zwei Jahre denselben Kunden, aber man wechselt halt öfter und kennt die Verträge und die Haken und Ösen dann schon so langsam und kann dem Vermittler dann auch sagen, nee, das will ich partout nicht drinstehen haben oder irgendetwas muss unbedingt drinstehen im Vertrag. Aber das ist halt auch erfahrungswert. Eigentlich müsste man sich darüber unterhalten, was man da möchte, aber wir dürfen natürlich keine Rechtsberatung machen, deswegen können wir jetzt nicht so drauf eingehen. Genau. Aber ja, wenn man sich damit beschäftigt, dann… Ja, ich fand das letztlich weniger schlimm, als ich erwartet hätte. Also diese ganze Buchführung, Steuergeschichte, wenn ich mir überlege, welchen Anteil nimmt das an der Zeit, die ich arbeite, tatsächlich ein, dann ist das gar nicht so schrecklich. Ja, aber manchmal hat man halt so einen inneren Widerstand dagegen. Ja, okay, den habe ich auch, ja. Das ist tatsächlich ein Problem, aber… Also das Monatliche geht bei mir inzwischen, aber dieses einmal im Jahr die Steuererklärung, das geht, ich kriege es nicht auf die Reihe, das ist so schlecht. Ja, das ist auch beim Programmieren oder bei Deployment ist auch so ein Ding, irgendwie das so ähnlich vielleicht, wenn es weh tut, also wenn Steuer oder Buchhaltung weh tut oder Deployment weh tut, muss man es häufiger machen, weil das ist eigentlich kein gutes Zeichen. Und bei mir, ich hatte mal eine Zeit lang diese ganzen Umsatzsteuer-Voranmeldungsgeschichten nur alle drei Monate und das war, das hat so im Rückblick deutlich mehr getan, war schmerzhafter als jetzt einmal das jeden Monat, das geht deutlich besser. Ja, quasi du machst das dann immer direkt am Anfang, erledigt dann Termiten drin oder so, das ist natürlich auch okay. Ja. Ja, man muss natürlich auch sagen, die Software ist ja inzwischen auch, oder die Tools, die man da benutzen kann, sind ja inzwischen auch richtig gut und gewonnen und machen es einem auch leicht. Also die meisten Rechnungen kriegt man ja heutzutage elektronisch, man muss ja gar nicht mehr einscannen. Ja, wenn man seitdem, dass man seine E-Mails ordentlich getaggt hat und dann das alles daraus ziehen kann und das dann in den Zipf halt schnüren kann und das direkt an den Steuerberater schickt, hat man vielleicht schon viel gewonnen. Ja, genau. Ja. Also, aber man muss sich halt damit beschäftigen. Ja, also die steuerlichen Themen, die rechtlichen Themen, da kommen so ein paar Sachen dazu, zu diesem ganzen Verwaltungs-Overhead, aber das ist, würde ich sagen, eher wert. Aber es sind halt diese Risiken, die man halt nicht hat, weil zum Beispiel jetzt Pandemie oder sowas, also ich meine, bei Software war es bei uns jetzt nicht so schlimm, weil die Leute wollten eine Software haben, aber wenn man halt vielleicht jetzt nicht im Bereich Software ist, dann macht irgendwie Kunst oder sowas und dann darf man nicht auf die Bühne, ist dann natürlich auf einmal blöd. Und das ist halt dann so ein Punkt, das könnte ja bei Software auch passieren, ja, also ich finde jetzt mit AI hat man so ein bisschen so Zurückhaltung gemerkt oder generell wirtschaftliche Lage. Man ist sehr viel mehr von der Konjunktur abhängig, weil wenn die Leute auf einmal kein Geld mehr für Investitionen haben oder, also das ist auch die Frage, also Software ist ja manchmal Profit-Center, manchmal Kurs-Center und oft ist es halt Kurs-Center leider. Und wenn halt dann die Ausgaben ganz hart gekürzt werden, weil die ganzen Leute sagen, oh, wir haben ja gar kein Geld, weil wir verdienen gerade selber nicht mehr so viel, dann geben die halt auch weniger aus und dann sparen die natürlich auch zuerst an Freelancing und dann kann es halt sein, dass man gerade, wenn man anfängt, so ein bisschen mehr Probleme kriegt. Also bei Corona habe ich das auch tatsächlich so gehört, von auch gerade da, wo ich dann gearbeitet habe, dass es hieß so, naja, also wir wissen jetzt gar nicht, wie sich das alles entwickelt, wir müssen mal ein bisschen auf die Liquidität gucken, Freelancer neu, das machen wir gar nicht. Und das ging lange Zeit so, also wenn ich an der Stelle nicht schon in einem Projekt gewesen wäre, das wäre auch sehr, sehr schmerzhaft geworden. Da hatte ich Glück gehabt, aber ja, ja, da kenne ich auch einige Leute. Die muss man halt selber auch abkönnen, dass das so ein bisschen, muss man sich halt ein Modell überlegen, wie das da geht. Ja. Ich hatte vielleicht ein bisschen Glück, ich weiß nicht, ich habe in der Zeit gerade gewechselt das Projekt und bin dann zum Projekt gelandet, bei einer Firma, die sich um so Insolvenzverwaltung Irgendein Gewinn, die Profiteure, die schon frei, ja, die Insolvenzverwaltung, die Säge verkaufen. Irgendwas drauf. Die Rezession ist ein, der Boom des anderen. Genau. Und es hatte noch einen großen Vorteil für die IT, glaube ich, also davor war es fast unmöglich, Projekte zu machen, wo man sagt, ich mache 80 Prozent Homeoffice und ich komme, was weiß ich, alle zwei Wochen mal für zwei Tage zu euch nach Hamburg, München, Berlin oder sonst wo, wo gerade das Projekt ist. Musst du dich immer vor Ort hinsetzen. Und man sollte sich immer vor Ort hinsetzen und dann habe ich immer gesagt, tut mir leid. Das tut mir leid, aber das liegt vielleicht auch so ein bisschen in der Java-Welt, dass du da bist, das war manchmal schon ein bisschen besser. Ja. Und das ist also, weil Java ist ja ein bisschen konservativer oft, ja, weil viele konservativere Unternehmen auf die sichere Java-Lösung, die schon ganz Corporate-Erprobtes setzen, halt, und dieses komische, neumodische Peizen, was schon seit 35 Jahren da jetzt auch rum. Peizen ist ein bisschen älter als Java, ja. War egal. Ich habe auch irgendwann mal Peizen gemacht zwischendurch, ich weiß noch, aber es ist schon ewig hier. Ja, und also in meiner, in meiner Blase ging das halt nie. und dann habe ich immer gesagt, Leute, wenn ihr, A, will ich nicht mehr im Hotel leben oder irgendwo in einer Zweitwohnung, um dann vier Tage die Woche in München zu sein. Ich möchte auch ein soziales Leben haben und zwar zu Hause. Ja, also mit Familie geht das von Maher auch gar nicht. Und das habe ich lang genug gemacht als Consultant. Über zehn Jahre bin ich jede Woche gependelt nach München. Ich konnte es nicht mehr sehen nachher. und ja, dann habe ich gesagt, dann müsste ich auch meinen Stundensatz dermaßen anheben, dass ihr den auch nicht mehr bezahlen wollt. Also was soll der Scheiß? Ja, ich sehe da auch gar keinen Sinn drin, das irgendwie zu verpflichten. Also außer, dass irgendwelche Manager sich einbilden, dass sie dadurch mehr Kontrolle haben. Ja, das ist, ich sitze ja bei dem auch nicht auf dem Schoß und gucke zu, wie er seine Excel-Sheets ausfüllt. Ja, wenn die Excel überhaupt beherrschen und so. Aber ja, das ist eine von den Sachen, die man vielleicht auch automatisieren kann in Zukunft, ja. Ja, und ich hatte eben gerade noch einen Gedanken weg. Ja, dass wir jetzt nicht mehr dahin müssen, sondern dass du es von zu Hause machen kannst, das hat einen riesen Vorteil für uns gehabt. Ja, seitdem arbeite ich eigentlich zu 100 Prozent im Homeoffice. Ach so, ja, und viele, viele Fragen, also viele Kunden fragen auch, was ist dein Remote-Stundensatz, was ist dein, dein Okay, Vor-Ort, genau. Vor-Ort-Stunden. Satz, ne? Ja. Und dann sage ich immer, das ist der Gleiche, weil ich mache die gleiche Arbeit. Mhm. Also, das ist immer meine Herangehensweise. Ich sage, das ist jetzt einkalkuliert, dass ich, was weiß ich, zweimal, also alle zwei Wochen für zwei Tage zu euch komme. Okay, also ich würde tatsächlich sagen, also ich würde das, wenn das nur so alle paar Tage ist, wäre es was anderes, aber wenn jemand tatsächlich sagen würde, ich würde dich jetzt aber gerne für ein paar Wochen auch sagen, würde ich radikal sagen, mal zwei oder mal drei. Also wenn, ich sehe es, ich sehe es ein, dass du sagst, okay, wenn du jetzt ein Projekt in Stuttgart oder München anfängst, dass du da mal einen Monat dort vor Ort rumhängst, um die Leute kennenzulernen. Das sehe ich ja vielleicht noch ein. Aber danach muss dann echt, muss es echt remote gehen. Nein, aber wenn jemand dann wirklich das möchte, dann muss der es halt auch wirklich bezahlen, dann ist es dann manchmal mal drei. dann die Spesen, Hotel, das kommt natürlich noch dazu, aber ja, das ist halt die Fahrgusten und reingucken, genau, aber weil, also auch die Zeit tatsächlich, die ich jetzt nicht mit meiner Familie fülle, das ist mir halt so viel wert zum Beispiel, das ist halt dann auch nicht verhandelbar, da muss man schon eine Entschädigung dafür zahlen. Also ich trenne, ich trenne grundsätzlich nicht zwischen remote und on-site Stundensatz, sondern das ist so eine Mischkalkulation bei mir und dann sage ich, ich mache dieselbe Arbeit, ob ich nun bei euch rumhocke oder bei mir zu Hause, ich mache ja dieselbe Arbeit, warum soll die nicht gleich bezahlt sein? Also würde ich halt anders sehen, also ganz anders, würde ich auch anders machen. Ja, okay, das ist halt meine Herangehensweise. Okay, dass man Unterschiede hat. Zumal es ja beim Kunden meistens, also zu Hause habe ich mich jetzt wirklich gut eingerichtet, was meine Arbeitsumgebung angeht. Also ich würde nämlich zum Beispiel sagen, das ist überhaupt nicht derselbe. Also ich würde sagen, in so einem Office, die Produktivität ist ein Bruchteil, weil zu Hause die ganzen Tools halt da sind, der Flow ist da, der Arbeitsablauf ist da und das ist ganz anders. Kaffeemaschine ist besser. Ja, so ein Beispiel. Stuhl ist besser, Kaffeemaschine ist besser. Ja, beim Kunden kriegst du ja meistens irgendwie so, ich nenne es immer die Hasenplätze, das ist irgendwie so irgendwo in einer Ecke, wo keiner sitzen will, da steht dann ein so ein komisch, komisch vielleicht schon ein etwas versüfter Bildschirm, eine noch versüftere Tastatur rum. Ja, aber ich weiß nicht. Und einen Stuhl, auf dem keiner mehr sitzen wollte, das hast du dann immer als deinen Arbeitsplatz. Das hat die Frage, man kann natürlich auch sagen, man möchte jetzt nicht so viel verdienen, sag mal, dann gehe ich wieder nach Hause. Das ist halt der Vorteil, also im Freelancing dann, das muss man natürlich sich dann auch leisten wollen und so. Also ich würde jetzt, also das wollte ich, beim Kunden vor Ort eigentlich nur für Meetings, den ganzen Tag Meetings, irgendwelche Besprechungen, das lohnt sich dann schon mal und mit den Leuten mal Mittagessen gehen. Ja, das ist wichtig. Also ich würde auch sagen, also mit den Leuten Mittagessen gehen und sich halt mal persönlich treffen oder halt abends mal ausgehen, das ist essentiell. Ja, ja, absolut, mache ich auch. Also so, wenn es dann auf den Weihnachtsmarkt geht, bin ich immer dabei. Also das ist schon wichtig. Das ist schon wichtig. Das ist schon wichtig. Aber generell arbeiten von zu Hause aus. Heutzutage. Ja, das war aber lange, lange Jahre anders. Ja, also bei mir war es auch, 2013 habe ich schon, das war fast komplett remote, aber der Rest vom Team war halt vor Ort und das ist auch nicht so gut, weil da ist man halt immer, außen vor, man weiß halt nicht so genau, was gerade passiert. Und oft wird dann dann so gesagt, also wir hatten das doch besprochen, dass wir das jetzt so und so machen. Ja, okay, mir hat keiner gesprochen. Ja, man braucht ein bisschen länger, um in das Team reinzukommen. Das stimmt. Wenn du nur remote bist. Also wenn alle, wenn nur eine remote, wenn man, der Einzige ist, der remote, ist das auch nicht so gut. Aber jetzt ist es ja meistens so, niemand ist vor Ort eigentlich und dann ist das super. Das funktioniert ganz gut. Ja, man merkt so langsam, der Trend geht auch wieder dahin. Ja, das Problem ist halt, dass diese, vor Ort diese politischen Dinge halt massiv zunehmen. Und das kann halt sein, dass man halt politisch ausgeschlossen wird, wenn man halt nicht Teil des politischen Spielchens ist, was man vielleicht auch nicht sein will. Aber, also ich würde radikal Sachen draufschmeißen. Ich habe da überhaupt gar keinen Vertrag mit. Ja, also ein paar Wochen ist kein Problem, ja, so ein kurzes Projekt, ich weiß jetzt drei Monate, okay, wenn es ein cooles Projekt ist, kann man sich das überlegen, weil dann irgendwie was Gutes lernt oder weil da irgendwie ein Value hinter steckt und ein Purpose oder so. Aber so dauerhaft, so für ein Jahr nochmal irgendwie, nope, einfach nein. Nein. Gibt es halt nicht und dann ist halt so, müssen sich die Leute dann halt drauf einstellen. Können sagen ja oder nein und dann gut ist, wenn es halt der Arbeitnehmermarkt noch so ein bisschen bleibt. Wir werden halt sehen, wie sich das entwickelt mit Alterspriminale und AI und so. Aber Dominik, was ist denn mit dem, was ist denn mit all dem schönen Geld, das in der Immobilie steckt? Das kannst du doch nicht einfach so. Das ist doch grausam. Tja, finde ich jetzt nicht so schlimm. Naja gut. Also ich würde auch, ehrlicherweise, wenn ich jetzt selber eine Firma aufmachen würde, dann würde ich das alles für den Mund aufziehen. Ja. Und mit Methoden halt zusammen machen. Also Socializing muss man machen, man muss halt auch die Leute global einfliegen lassen für bestimmte Zeiten, und Events irgendwie, wo man dann halt wirklich so Celebration macht quasi, ja, oder Ritual, keine Ahnung, irgendwas Lustiges, was überhaupt nichts mit Arbeit am besten zu tun hat, so. Also nur so ein bisschen vielleicht, um die Leute halt so ein bisschen zusammenzukriegen, ja, also um dieses Gefüge zu stärken. Aber ansonsten arbeitet bitte jeder in der Zeitzone, von der er Lust hat. Oder die, oder. Ja, zumal die Firmen ja auch den Vorteil hätten, die könnten sich dann halt richtig gute Leute suchen. Ja. Und die wohnen halt da, wo sie gerne wohnen. Und wenn das in der Wüste ist, dann wohnen sie da halt gerne. Und wenn jemand tatsächlich Lust hat, irgendwie den ganzen Tag am Strand zu hängen und dann drei oder vier Stunden was zu tun, ist er in den Stunden total motiviert, voll Bock hat auf das Team, ist es viel besser. Ganz ehrlich, als wenn ich irgendjemand habe, der dann acht Stunden vor seinem Sesselchen sitzt und da, also weiß ich nicht, also ich würde das sagen, das, vielleicht auch so ein Generationending, Jochen. Also ich arbeite ja auch gerne remote, ich dachte nur so gut, dann haben wir dann so Freelancer, Topjob, muss natürlich nicht mal irgendwie das Zimmer verlassen. Okay, ja, ist auch gut. Dann eine Geschichte, ich weiß nicht, das auch, ich gehört doch, wir sind doch beim Anfang, oh, wir müssen mal ein bisschen weiterkommen. Wie kommt man eigentlich an Kunden? Wir hatten es so ein bisschen angesprochen, aber noch nicht wirklich. Das ist nicht so einfach. Ja, ja, ja. Also ich glaube, das, was du gesagt hast mit dem Partnersuchen, ist eine gute Idee, wenn man das starten will. Es gibt relativ viele Personalberatungsagenturen, Dienstleister, die einen irgendwie vermitteln, auch irgendwie so ein Freelancing-Zeug ist halt die Frage, wie lange der Contract ist. Es gibt so Modelle wie, du bist irgendwie Grundangestellt, keine Ahnung, das kriegst du relativ wenig irgendwie als Grundanstellung, aber wenn du halt dann so einen Job hast, dann kriegst du halt ein bisschen mehr, aber nicht alles, was du kriegen musst als Freelancer, was so ein bisschen so ein Hybridmodell ist. Ich glaube, man nennt es ein bisschen Employer of Record oder sowas. Da kann man halt in so Projekte halt reinkommen und die wollen halt einen relativ großen Batzen haben. Also es gibt teilweise Leute oder so diese Personalberater, die bis zu 50 Prozent irgendwie abziehen. Manche machen irgendwie ein bisschen weniger, 20, 30 oder sowas. Das ist halt, glaube ich, irgendwann ist so ein Ding, wo sich das dann als fair einpendelt für Leute, die halt für dich dann auch auf die Suche nach passenden Kunden gehen. Die wollen natürlich dann wissen, was du mitbringst und suchen dann, ob es passt. Und ich glaube, das ist so eine keine schlechte Idee, aber ansonsten, ich finde, Netzwerk ist halt ganz hart wichtig, dieses selber eine Marke machen. Also man muss halt schon ein bisschen was von sich auch preisgeben wollen, was aber auch nicht so einfach immer ist. Also je nachdem, was man halt macht. Der Markt ist ja auch dafür eigentlich begrenzt. Und was halt auch so ein bisschen schwierig ist, dass dieser Vertriebszyklus, nenne ich ihn mal, dass der lang ist. Das heißt, es dauert, bis man einen Auftrag bekommt von so einem Kontakt her. Ich würde jetzt, selten ist es halt, dass man jemanden kennenlernt, auch ja, hier nächste Woche. Das passiert auch manchmal, aber manchmal kennt man die Leute schon ein, zwei Jahre und dann... Achso, du meinst, du meinst ja, okay, also bevor man quasi... Beauftragt wird. Die Leute hat man schon ein, zwei Jahre, ist man immer wieder um den Weg gelaufen und auf einmal so, hey, du machst doch den ganzen Tag peißen und ich habe jetzt ja gerade irgendwas gehört und du bist ja immer noch da und dann wird es einfacher. Wenn es tatsächlich Leute sind, die man schon... Aber was mir oft so geht, ich weiß nicht, wie das bei anderen ist, aber das... Das Telefon klingelt und hey, Jochen, ja. Ja, das ist tatsächlich die häufigste Art und es geht meistens sehr schnell dann. Also es ist nicht irgendwie... Ja gut, aber das liegt aber auch daran, dass die Leute halt dich irgendwo herstanden kennen oder deinen Tag oder irgendwas davon gerochen haben. Ja, wie auch immer sie die davon haben, aber ich kenne die normalerweise nicht. Ja, aber kann ja sein, aber die haben nicht im Internet einfach nach dir gegoogelt, sondern die haben vielleicht dann tatsächlich ein technisches Problem, wo die dann darauf stoßen, dass der Jochen damit was macht. Ah, okay, und der macht dann irgendwie sowas und dann kommt man halt... Die haben meistens Bekannte, die sie gefragt haben und die... Also auch das, ja, das meine ich ja. Das ist aber auch ein Vertriebszug, der sehr, sehr lange ist, weil auch die Bekannte muss es irgendwann mal kennengelernt haben und die muss auch da schon den Eindruck gehabt haben, dass der Jochen zu irgendwas taugt. Und wenn du halt ganz am Anfang stehst, wo du das noch niemandem zeigen konntest, weil du es niemandem beweisen konntest, weil du noch für niemanden irgendwas gemacht hast, ist das halt schwer und das passiert halt nicht und dann muss man halt selber auf die Suche gehen. Und Kalterquise machen. Furchtbar, habe ich noch nie gemacht. Ja, ich weiß gar nicht, ob man Kalterquise als Freelancer machen kann, also Firmen durchtelefonieren, du brauchst die gerade jemanden. Das ist wahrscheinlich nicht die beste Strategie. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Ja, wahrscheinlich funktioniert. Also so Agency-Style vielleicht, aber vielleicht andere Branchen. Ich bin oft über so Plattformen gegangen wie Freelance.de, dass ich da geguckt habe, was sind da für Projekte. Wenn die sich gut gelesen haben für mich, dann habe ich da auch hingeschrieben. Dann kriegst du eigentlich, da habe ich auch einiges drüber gekriegt. Ah, okay. Ich habe über Bekannte auch schon Direktprojekte gemacht. Also dass sie gesagt haben, hier, ich bin da ein Projekt, wir machen das und das, die brauchen noch jemanden, hast du Zeit und hast du Lust. Und dass das gepasst hat oder ich selber jemanden angesprochen habe, ich bin gerade auf Projektsuche oder ich puste das über Twitter, jetzt X oder jetzt nicht mehr. über Sing oder über LinkedIn einfach raus, hier bin dann und dann für dann und dann auf Projektsuche und da kommt schon. Und ich kriege auch jede Woche Mails. Aber ehrlicherweise, ich würde sagen, das liegt an der Seniorität, die er dann beide aber auch schon mitbringt. Und ich würde sagen, das ist halt gerade für jemanden, der sich überlegt das. Und ich kriege jede Woche Anrufe, die ich alle immer sagen muss, nee, passt nicht. Zeitlich nicht. Ja, ich glaube auch, das wäre auch vielleicht etwas, was man sagt, wenn man anfängt, wahrscheinlich ist es keine gute Idee, irgendwie so mit Freelancing anzufangen, sondern wahrscheinlich sollte man erstmal eine Zeit lang. Obwohl ich habe, in meiner Blase sind auch viele junge Leute, die einfach schon immer nur Freelancing gemacht haben. Aber dann muss man vielleicht sich dann daran gewöhnen, dass man anfangs nicht dann richtig viel Teugs damit verdienen kann. Aber die haben vielleicht von einem Projekt zu direkt geht und dann nicht voll ausgebuchtet. Angefangen aus dem Studium heraus, so eine Art Nebenjob. Okay, ja. Also ich würde sagen, wenn man einmal so einen Fuß in der Tür hat, wenn die Tür offen ist, ist das gut, da muss man durchgehen. Aber manchmal ist das halt eine Herausforderung, würde ich sagen. Und ich sage mal, so ein Konzern hat auch Vorteile, oder wenn man eine Festanstellung hat. Das kann auch schön sein. Weil diese Familiensachen oder so. Eher, wer diese Sicherheit braucht, unbedingt. Also ich würde auch sagen, da ist jetzt der Stein gemeistert, auch das ist halt, je nach wirtschaftlicher Lage, auf einmal ändert sich da irgendwas, dann wird irgendwas umstrukturiert. Schwupps, weiß man halt immer alles nicht. Das ist halt auch immer so ein Risiko. Deswegen ist das so eine trügerische Sicherheit. Aber man hat halt feste Strukturen, würde ich sagen. Ja, ja. Man hat so ein bisschen, ich würde sagen, ein größeres soziales Fangnetz vielleicht. Das auf jeden Fall. Und halt so sehr viele Organisationen drumherum, über die man sich halt eigentlich gar keine Gedanken machen muss, aber das halt irgendwie so dann mitkommt. Das muss halt jeder wieder für sich dann entscheiden, wie er da bin möchte. Aber man kann es auch relativ, ich denke, relativ risikolos ausprobieren, wenn man sich sagt, okay, ich kann ihn wieder zurück in irgendeine Festanstellung und dann einfach mal gucken, wie das so ist. Ich hatte nie das Gefühl, dass das jetzt irgendwie besonders schlimm wäre oder so. Also den Raum, den das in der Diskussion darüber einnimmt, weiß ich nicht. Also ich kriege auch jetzt öfter mal Angebote wieder für Festanstellungen, aber wo ich einfach sage, nee, das ist nicht mehr meins. Ja, genau. Ich würde es jetzt auch nicht wahrscheinlich machen. Ich habe es lange gemacht, aber nee, ich will eigentlich das nicht mehr machen. Ja, verstehe. Also wenn es irgend geht, nicht mehr. Ja. Genau. Die Metapunkte, da würde ich, genau. Meta? Oh, was? Ja. Welchen? Das ist nur einer, ne? Ja. Okay. Das ist interessant, ich weiß es nicht genau, oder nicht interessant, dass auch die meisten Freelancer, die ich kenne, sind tatsächlich Männer. Ich weiß nicht. Und es ist halt nochmal ein anderes Verhältnis, als bei Entwicklern, das ist ja sowieso so, sind mehr männliche Entwickler unterwegs als Frauen. Und bei Freelancern das ist nochmal krasserer Unterschied. Ich weiß nicht so genau, woran das liegt. Vielleicht liegt das daran, dass es halt irgendwie so ein riskantes Modell ist, so einen riskanten Anschein hat, oder dass es irgendwie, ja, ich weiß es nicht genau. Also ich finde, es kommt total drauf an, also bei Entwicklern kann ich das jetzt nicht so beurteilen. Da kenne ich gar nicht so viele, also weiß ich nicht, vielleicht sind es 20 oder so, ich finde das jetzt nicht so repräsentativ. Aber sonst würde ich sagen, es kommt sehr drauf an. Also es gibt ganz oft das Modell bei Paaren, das ist eine feste und eine flexible. Ja, das ist auch eine gute Kombination einfach. Genau. Das ist ja bei mir auch so. Ja. Das ist, ja. Das hat natürlich dann. Hat seinen Reiz. Dann ist das natürlich nett. Aber das bedingt natürlich, dass man so eine Partnerschaft halt hat, wo das halt überhaupt funktioniert. Ja. Dass man halt so ein flexibles Modell halt fahren möchte oder so. Als Einzelkämpferin ist das wahrscheinlich schon schwieriger. Je nachdem, also was man halt so, also mit Familie oder mit Kindern ist das natürlich noch mal härter. Aber der Vorteil, wenn man Einzelkämpferin ist, 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 dass man deutlich flexibler einfach auch. Man kann quasi tun, lasst was man möchte. Kosten reduzieren. Vietnam in der Strand oder so, habe ich auch schon überlegt. Ich kenne tatsächlich an Freelancerinnen auch nicht so viele. Also ich meine, Frauen in der IT ist ja nicht so weit gestreut und der Freelanceranteil ist dann noch mal noch mal geringer. Ja. Ich kenne einige, die haben das mal gemacht, Freelancing, sind dann wieder in Festanstellungen zurück aus Gründen. Manchmal gibt es auch gute Angebote. Ja. Und wenn man halt gerade bei der Akquise so ein bisschen schwuggelt. Oder wenn es gerade passt bei dem Kunden und man einigt sich da. Genau, man hat ein schönes Team und einen guten Purpose und das ist irgendwie der Thema. Gar kein Thema. Ja, wie gesagt, ich persönlich habe jetzt nicht diese Situation, dass ich Kinder hätte und da irgendwie noch irgendwie eingebunden bin und so, sondern ich bin da schon relativ frei. und andere Freelancerinnen, die haben eine ähnliche Situation. Also ich kenne jetzt keine wirklich, die dann auch noch Familie hat. Also Kinder. Ja, weil manchmal ist es tatsächlich doch mehr Arbeit, als man vielleicht auf jeden Fall denkt. Das ist halt irgendwie, wie du sagst, mit dem Teilzeitigen, das ist so ein bisschen vielleicht noch New Work. Ja, also ich glaube, in anderen Bereichen ist es wahrscheinlich anders. Also vielleicht liegt es einfach daran, dass halt die gesamte Branche oder der Fachbereich halt irgendwie so ist und eine bestimmte Gruppe von den Leuten eher dann Freelancer werden und das ist sowieso dann vielleicht eher eine Gruppe, die halt dann nochmal, wo diese, wo die, der Grund dafür, warum es diesen Unterschied gibt, halt nochmal stärker ausgeprägt ist, weil zum Beispiel, Katarina, also meine Frau, die macht so Design und da gibt es viele weibliche Freelancer. Da gibt es viele, ja. Aber Entwicklung nicht so. Ja, das ist aber auch, muss ich sagen, hier im Westen, als sage ich jetzt mal aus dem Ausblick, ist es noch eine andere, das ganze Bildungssystem ist irgendwie komisch aufgebaut, sodass irgendwie, man muss sich zu früh entscheiden, in welche Richtung soll es denn jetzt für einen gehen und dann entscheidet oft die Familie, du bist ein Junge, machst Mathe, Physik, du bist ein Mädchen, machst Musik und keine Ahnung was. Und bei uns, also da, wo ich aufgewachsen bin im Osten, da waren alle von der ersten bis zur zehnten Klasse alle zusammen, über alle Fächer hinweg. Da wurde nicht irgendwie dann in Spezialisierungen getrennt und du machst Leistungskurs dies und du machst Leistungskurs jenes, das gab es halt nicht. Ja, interessant. Wir waren wirklich von der ersten bis zur zehnten Klasse zusammen und da wurde auch kein Unterschied gemacht und ich glaube, da hast du dann vielleicht besseres, also da kommt nicht so die Trennung so frühzeitig daher. Also ich finde das interessant, also ich habe Kurse gemacht für Kinder und das Interesse, also die waren halt so in Schulklassen oder Ferienbetreuungszeugs oder so, da waren dann 20 Kinder drin, die waren also gleich besetzt, gleich Anteil an Jungs und Mädels und die Interessen waren schon unterschiedlich auch verteilt. Und es ist jetzt die Frage, ob das jetzt von der Erziehung kommt, ich glaube nicht nur. Und das ist halt vielleicht auch okay so, aber dann, und die Frage ist halt, wie man damit umgeht. Ich finde das jetzt schön, also ich glaube, es ist immer willkommen. Ja, also ich meine, auch da ist halt, wenn man sich jetzt die unterschiedlichen Communities anguckt, dann wenn man jetzt immer im beiden Umfeld unterwegs ist, ist das halt auch nochmal besonders, geben sich immer alle Mühe, besonders inklusiv zu sein und Ja, mittlerweile, aber es gab ja auch, sag ich mal, vor 20, 30 Jahren war das jetzt noch nicht so intensiv. Also ich finde das ehrlicherweise so ein bisschen anstrengend, wenn ich da so Rühstrahl gucke, insbesondere, weil ich immer das Gefühl habe, die meisten der Menschen, egal aus welchem Hause sie kommen, kommen halt aus guterem oder besserem Hause und sind relativ häufig halt irgendwie von Akademiker, Eltern oder sowas, dann diejenigen, die dann sich vom Computer setzen können. Ich habe damit ehrlicherweise ein größeres Problem als von der Mischung her. Das finde ich halt eigentlich wichtiger, dass man Leute enabelt, die aus schwächeren Verhältnissen kommen. Und das ist gar nicht so einfach. Ja, das stimmt. Und ich glaube, dass so die größere Hürde ist. Also da gibt es auch viele, was ich total interessant finde, auch bei den, wenn man jetzt guckt, zum Beispiel in Open Source Projekten, welche Leute engagieren sich da und welche können da viel beitragen. Es ist halt immer die Frage, ob man das auch kann. Da sind ganz viele Leute dabei, die dann irgendwie mal Musik studiert haben. Also zum Beispiel, was finde ich total erstaunlich, dass so viele Musiker irgendwie hinterher halt Open Source manche werden. so hätte ich jetzt irgendwie nie mit gerechnet. Oder die Philosophie studiert. Wenn man es sich leisten kann, die schon Künste zu verfolgen. Ja, ja, ja. Das hat wahrscheinlich ein bisschen was damit zu tun. Das ist schon ein Privileg irgendwie. Also es ist aber auch leider auch so, also Leute, die irgendwie so, es ist politisch, aber die also für Diversity stehen aus der Veranstaltung, eingeflogen werden aus allerherren Länder, sind zu einem ganz großen Anteil auch in diesen Ländern aus der Oberschicht. Und das finde ich so ein bisschen schade. Und ich vermisse so ein bisschen diesen Zugang zu einer breiteren Sache. Was dann auch dann oft dazu führt, dass die technische Exzellenz nicht so da ist oder nicht so da sein kann. Dass man da halt Abstriche machen muss und gucken muss, wie man das mit einbindet. Aber ich glaube, es ist einfach super schwierig, das irgendwie zu ändern oder daran was zu machen, weil, oder vielleicht weißt du, wie war das, gibt es erprobte Rezepte? Naja, also diese Hürden, diese Einstiegshürden sind so ein Problem. Also dieses, dieser Wissensvorsprung ist ein Problem. Die, auch die Mereokratie ist ein Problem. Auch dieses, sich selber immer sein Licht unter den Scheffern stellen. Also bei Entwicklerinnen ist es immer so, man darf gar nicht glänzen mit dem, was man kann, weil das ist irgendwie so ein bisschen bäh. Weil das ist oft so nicht gut angesehen. Also angeben ist ganz, ganz verpönt und sich so zur Schau stellen eigentlich auch. Ich halte das aber in dem Kontext für sehr problematisch, weil diese Leute von irgendwo kommen, die müssen auch stolz auf das sein dürfen, was sie an kleinen Sachen erreicht haben, an Sachen, damit sie überhaupt die Motivation, die Anerkennung bekommen und diese Wertschätzung. Das geht mir aber, also dieses Imposter-Syndrom, oder wie man das so nennt, also sich sein Licht unter den Scheffel stellen und so, das geht mir aber zum Teil auch so. Also man hat sich etwas hart erarbeitet und das geht mir vor allem so mit Konferenzthemen. Also über was will man bei so Konferenzen reden? Aber es ist ein totaler Unterschied, ob du das selber mit dir hast, dass du dich gar nicht so dein eigenes Selbstbewusstsein nicht traust, so nach außen zu kehren, sondern oder ob du das bei anderen so ein bisschen miefig beäugst, wenn sie das tun, also wenn sie das nicht tun. Aber das ist generell wohl so ein Unterschied. Mir hat mal so eine Personalvermittlerin gesagt, also die hatte sich von mir so einen Zettel ausfüllen lassen, also sollte ich mich ein bisschen einschätzen, wie gut ich in welchen Sachen so bin, also von eins bis fünf. Eins war halt schlecht und fünf war halt... Das war schwierig, ja. So, und dann sagte sie, selbst, also wenn ich nicht gewusst hätte, oder wenn ich diesen Zettel einfach abgegeben hätte, ohne einen Namen drauf zu schreiben, ich hätte darauf gewettet, dass sie eine Frau sind. Weil Frauen sich per se immer einen Ticken schlechter einschätzen, selbst einschätzen, als sie sind. Also man kann da alles eine Spalte nach rechts schieben. Ja, das... Das ist einfach, ich weiß nicht, woran es liegt, ob es Erziehung ist oder wirklich, keine Ahnung, Hormone oder sonst irgendwelche Sachen, die das verursachen. Interessant. Ja, ich weiß es, ich würde gerne nochmal auf diesen einen Punkt, also weil ich versuche, das Argument zu verstehen im Kern. Also ich versuche, das mal wiederzugeben. Du kannst ja mal sagen, ob ich das richtig verstanden habe oder nicht. Also sozusagen aus einer ökonomischen Sichtweise würdest du sagen, wenn du Leute dazu bringen willst, dass sie investieren, also zum Beispiel sich irgend so ein Thema drauf schaffen oder sich jetzt so viel mit Stoffentwicklung beschäftigen, dass sie das halt als Beruf machen können, dann müssen sie sozusagen ein Ziel vor Augen haben, das so aussieht, als ob sich das lohnen würde. Und wenn man das so runter macht, dann lohnt sich die Investition nicht mehr und die werden quasi dadurch rausgehalten, dass wenn Leute sagen so, ah, man sollte da nicht zu dick auftragen oder das ist ja so ein bisschen Fui Bè, ich habe lieber so ein bisschen, ich weiß ich nicht. Ich würde es anders sehen. Okay. Weil das würde ich aus der wirtschaftlichen Sicht verstehen, dass man sagt, okay, wenn für die nicht sichtbar ist, dass das halt irgendwie, keine Ahnung, mit einem, weiß ich nicht, Sportwagen und also ich würde sagen, die Zündschnur für Anerkennung ist kürzer. Du musst schneller eine Form von Anerkennung bekommen, damit du diesen Weg Vertrauen schenken kannst. Und das ist bei Softwareentwicklung sehr schwer zu erreichen, wenn man auf dieser Merikapie-Ebene geht. Du hast einen ganz langen Weg, der sehr frustrierend ist, bis sich das irgendwann auszahlt. Learn Programming in 10 years oder sowas, das ist genau der Punkt, aber wenn du halt irgendwie, du kannst dir das eigentlich nicht leisten, wenn du nicht den Hintergrund hast. Sondern du musst schnell diese Wertschätzung irgendwie erhalten, selbst wenn sie nicht monetär ist, um den Weg nicht den Rücken zu kehren. Also sozusagen, der Weg ist halt so lange frustrierend und so schwierig, das durchzuhalten, dass da halt nur noch Leute durchkommen, die halt das halt quasi von zu Hause aus. Ja, selbst wenn es heißt, dass du in den Elternzimmern im Keller sitzen musst, aber da immer noch durchgeführt wird, bist du, Und sozusagen der, wenn man jetzt das sozusagen so ein bisschen gepflegtes Understandment betreibt, dann hält man diesen Club exklusiv quasi. Ja, genau. Das ist sozusagen die... Das ist meine These. Okay. Wie so die Mathematiker, die ihr Fach so langweilig erscheinen lassen, dass da niemand... Und dann schaffen sie es, irgendwie die ganzen Soziopathen draußen zu halten und haben halt irgendwie eine Menge Spaß mit irgendwie Leuten, mit denen sie Knobelaufgaben... Ja. Ich wollte tatsächlich mal Mathe studieren. Und dann meinte meine Mutter, was? So eine brotlose Kunst? Mach lieber was Praktisches. Ja, okay. Würdest du sagen, hat sie recht gehabt oder hat sie es lieber gemacht? Nee, also im Nachhinein muss ich sagen, sie hat recht gehabt. Okay, ja gut. Hatte sie sich gut, ja. Ja, ist ja dann, Elektrotechnik hat auch nicht wenig mit Mathe zu tun. Ja. Okay, ja, also ich verstehe es so ein bisschen, aber ich weiß auch nicht, was man machen kann. Ja, es ist auch kompliziert. Es ist wahrscheinlich auch so total heterogen und total von der jeweiligen unterschiedlichen Situation abhängig und so. Man muss eigentlich so ein bisschen einfach, glaube ich, ein Auge drauf haben. Ich glaube, das hilft schon. Ja, in der IT, man muss halt einfach irgendwo sich an irgendwas verbeißen und dann dranbleiben. Und das ist, glaube ich, das Schwierige. Und man muss ja irgendwie dann auch eine Spezialisierungsrichtung finden, weil die IT ist ja so ein riesen, riesen Feld. Man kann ja nicht in allem dann gut sein. Ich habe gesagt, Fullstack, JavaScript. Fullstack, Fullstack. Ja, was ist ein Fullstack-Entwickler? Den gibt es eigentlich nicht. Also ich finde, also habe ich relativ häufig gehört, dass Leute sich das von sich selber behaupten und dann machen sie ja JavaScript jetzt im Front- und im Backend. Ja, toll. Ja. Also für, ja. Also ich bin vielleicht eine Fullstack-Backend-Entwickler, ja, okay. Ja, ich finde das auch, was ist halt Fullstack, ne? Schwierig. Aber die, ja. Es gibt halt immer so das Problem, was halt die Leute, die aus dem Projektmanagement oder dem Auftraggeber kommen, die können gar nicht verstehen, wie tief diese einzelnen Seen sind, in die man da fallen kann. Und deswegen unterschätzen die auch regelmäßig halt die Komplexität von irgendwelchen Anforderungen und so, was es halt nicht immer einfach macht. Und das vielleicht auch einer der Gründe ist, warum Projekte, wenn die länger dauern, da zu tendieren, dass sie fürchterlich werden. Ja. Und das ist so irgendwie auch ein Zusammenhang. Und das ist halt das Hauptproblem, was ich halt habe, ist halt, dass so Software viel teurer ist, als die meisten Leute denken. Und das ist halt ein Problem, weil eigentlich möchte man ja Value, schnelle Value haben und die oft ein bisschen dauert, bis sie kommt, wenn sie denn kommt und man genau wissen muss, was dahinter steckt, was man nicht kann. Und weil halt dieses ganze Estimating und so da irgendwie so ein Problem ist und das, ja. Aber wo wir jetzt halt hinkommen, braucht man einen Freelancer, wenn man halt Auftraggeber ist. Ich würde sagen, eigentlich unbedingt. Und man hat da viel mehr Flexibilität, man hat vielleicht auch die besseren Leute. Und man hat vielleicht auch mal Impulse, neue Impulse für das Team. Weil man kommt ja als Freelancer dann wirklich da frisch rein, hat frische Gedanken und sagt, hey, habt ihr mal darüber nachgedacht oder habt ihr jenes mal ausprobiert? Ja. Ich meine, viele sind dann auch beratungsresistent, okay, aber. Was ich auch noch finde, was ich ja so aus der Konzentperspektive oft sehe, ist, dass die Leute halt sagen, so ein Einzwei-Einzel-Freelancer ist doch irgendwie das Quatsch. Wir brauchen irgendwie so 50 Leute auf diesem Projekt, weil es muss übermorgen fertig sein und die holen sich dann eher so Agenturen. Wo ich mich dann alle Tage sage, hä, okay, jetzt habt ihr dann jetzt auch, seitdem es 20 Leute sind eingekauft, aber die sind auch nur über so eine Agentur irgendwo outgesourcet und bringt gar nicht das, was ihr euch damit erhofft, aber die haben durch diese Vertragskonstruktion das Gefühl, dass sie einen, weiß nicht, einen Reliability, also einen bisschen zuverlässigeren Geschäftspartner irgendwie in der Hand haben, der die Aufgaben auch in der Kapazität und in der Auslastung mehr erfüllen kann als irgendwie so eine One-Man-Show oder eine One-Women-Show. Und das höre ich halt oft, dass halt so diese Anforderungen anders sind. Und dann wäre halt jetzt die Frage, was macht man denn da? Tut man sich zusammen als Gruppen? Macht man selber eine eigene Frontend-Aufführung? Ja, ich habe das auch schon häufiger überlegt, aber ich meine, wäre das nicht vielleicht interessant, also weil ich das denke, auch manchmal für Kunden wäre es vielleicht interessanter, als jetzt nur einen Freelancer zu haben oder einen ganzen Sprint zu kaufen oder mehrere Sprints oder so. Bei einem Team, das halt schon zusammen weiß, wie man zusammen arbeitet, das halt all diese Dinge abdecken kann, was halt ein Full-Stack-Entwickler vielleicht nicht kann, weil das kann keiner. Das nennt sich Agentur. Das wäre eine Agentur, wobei dann bei den Agenturen auch, ja, die sind halt. Kommt, das ganze hässliche Zeug. Die haben dann auch oft unterschiedliche Abteilungen und arbeiten, also das ist auch, also die klassischen Agenturen sozusagen, die man dann da beauftragt, da finde ich. Ich glaube, die Agenturen sind dann schon wieder viel zu groß, wenn du zwei, drei, vier richtig gute Freelancer hast, die auch richtig gut zusammenarbeiten, die können Berge versetzen. Und also ich hatte das jetzt, ich hatte das in meinem Projekt, also die hatten dann zwei Freelancer engagiert, noch jemand anders und mich. Und irgendwie stimmte da die Chemie auch nicht, also zwischen uns beiden Freelancern. Und dann ist halt einer gegangen worden, das war jetzt nicht ich in dem Fall, hätte aber auch ich sein können. Und dann hatte ich halt vorgeschlagen, dass ich kenne da jemanden, der hätte zwar nur zu 50 Prozent Zeit, aber wir kennen uns, wir wissen, wie wir ticken und wir könnten jetzt richtig Traktionen hier auf die Straße bringen. Und dann haben sie sich halt doch für jemand anders entschieden, der da zu 100 Prozent da war und das hat dann wieder nicht funktioniert. Ja, die sind auch beratungsresistent an der Stelle, ja tatsächlich. Das war schon ein bisschen schade, weil ich denke, dass das andersrum sehr, sehr viel besser geklappt hätte. Ja, das denke ich auch oft, aber ich habe tatsächlich es auch noch nicht, ich habe es einmal probiert zu einem Zeitpunkt, wo es halt gerade so eine Konstellation gab. Ich wusste, okay, wir haben ein paar Leute, die gut miteinander zusammenarbeiten und da habe ich einfach gesagt, okay, will das nicht vielleicht irgendjemand als Team, weil das wäre wirklich gut. Also für den Preis, das kriegt man sonst ja gar nicht. Das geht ja gar nicht. Aber nichts hat nicht funktioniert. Vielleicht müssten wir Freelancer uns da ein bisschen mehr zusammentun. Ja, also da müssen wir wahrscheinlich tatsächlich so ein Label für machen und dann da so eine Landingpage oder was auch immer, so ein bisschen Marketing-Fluff außenrum stricken, um da so eine Story zu erzählen, mit der das dann verkaufbar ist. Und dann hat auch jemand haben, der sich dann ein bisschen drum kümmert, um das dann abzubringen. Ja, aber wenn du der Erste bist, der das macht, dann ist das, glaube ich, deswegen meine Frage, habt ihr schon mal sowas gesehen, wie, dass eine Firma nicht irgendwie einen Freelancer beschäftigt, sondern quasi ein Team oder einen Sprint kauft oder sowas? Hast du schon mal gesehen? Ja, also so ein bisschen. Ja? Ich habe es nur mal andersrum gesehen, dass sich so zwei, drei Freelancer zusammengetan haben und gesagt haben, hier, ihr könnt uns auch als Gruppe einkaufen, aber ich weiß nicht, ob da was draus geworden ist. Also was eigentlich das Hauptproblem, was ich halt immer habe, ist mit diesem Freelancer, ist die Hauptrestriktion für aufgegeben ist das Budget. Ja. Das ist das, die haben halt einfach kein Geld und weil Freelancer ist halt teuer und die versenken lieber Geld in dieses Tank-Kurs wie so eine feste Mitarbeiter für Projekte, die die eigentlich gar nicht kriegen. Völlig komische Abrechnungsmodelle als ordentlich das Geld richtig in Hand zu nehmen für die richtige Value und das so customer-centric zu machen, dass man das dann kann. Aber diese Sorge könnte man ihr ja vielleicht abnehmen. Das wäre dann auch eine interessante Frage, die wir auch noch nicht hatten, ist halt, wenn man ihnen sagt, okay, machen wir einen Festpreis. Du hast ein Budget, super. Wir organisieren. Das muss das gar nicht irgendwie sagen. Festpreis hat, also finde ich auch eine gute Idee, hat einen Nachteil, einen entscheidenden Nachteil auf unserer Freelance-Seite. Das Risiko. Nee. Wenn du das machst mit einem Festpreis, dann hast du natürlich das Risiko. Du bist halt für Erfüllung zuständig. Du hast halt dann Pflichtenheft, Lastenheft und das ist das Hauptproblem, du bist für eine Nacherfüllung zuständig. Und wenn du dann nämlich nicht ganz genau penibel definiert hast, was denn in diesem Pflichten- und Lastenheft enthalten sein muss, dann hängst du hinterher einen Schadenersatz drin, weil du bist verpflichtet, das Produkt so abzuliefern wie vereinbart und die Mängel davon zu beseitigen. Und dann bei Software Mängel zu beseitigen, kann dich Jahre kostenlos sein. Und wenn du dann noch auf Zuarbeit vom Kunden angewiesen bist, die er dann nicht leistet oder nur verzögert. Ich glaube, den Schuh würde ich gar nicht... Also das kann sehr riskant sein. Insbesondere, wenn du halt Software wendest, die auch schon fehlerhaft sein kann und es nach Jahren noch sein kann, ich glaube, zwei Jahre musst du gewährleisten oder so, dass dann irgendwie, wenn du schon irgendwo ganz anders steckst, sagst du, hey, hör mal, die Software hat doch einen Fehler oder eine Sicherheitslücke und du bist jetzt dafür verantwortlich, mach es doch mal eben gerade. Und dann hängst du dann so ein Maintenance-Ding drin. Und dann musst du halt eigentlich vertrachtlich schon sich so gut auskennen, dass du das von vornherein rücksichtig hast, dass du Softwarefehler ausschließt und das ist halt, da sollte man nicht naiv dran gehen, sagen wir so. Ja, okay, gut, aber ja, also weil ich, das ist auch etwas, was ich höre, dass es das gibt, aber ich habe es selber noch nicht erlebt. Also Festpreise habe ich jetzt persönlich noch nie gemacht. Also was ich schwierig finde, ist die Kalkulation von dem Zeitaufwand, weil wenn es, also wenn ich weiß, was zu tun ist, dann ist es einfach und dann ist meistens, also es ist relativ offensichtlich, dann kann man auch sagen, okay, ich brauche zwei Wochen und mal rechne zwei Wochen ab oder so. Wobei dann Festpreis und wenn man es nicht genau weiß, dann das zu schätzen ist sehr riskant. Ja, natürlich, also genau, schätzen geht halt nicht so gut. Weil der Kunde weiß ja auch meistens nicht, was er will. Aber das ist das Problem im Festpreis. Ich meine, klar hat man ein Budget, aber was machst du denn dann, wenn du dich auf etwas vermittelt hast, was du gar nicht leisten kannst, weil das Risiko halt auf deiner Seite. Ja, ja, das meine ich mit dem Risiko, ja, das ist natürlich auch schlecht. Okay, gut, vielleicht einfach keine gute Idee. Aber du hast ja so Konstrukte, mit Limited und so und was man sich da überlegen kann. Und wenn du so eine Kapitalgesellschaft hast, dann ist das Risiko auf der Seite des Kapitalgesellschaft, die dann, ups, das ist also einer der großen Vorteile, würde ich sagen, von Kapitalgesellschaft, wo ich auch sagen würde, ich würde es empfehlen, ist tatsächlich Haftung. Weil ansonsten, als vieles empfehle ich dann, brauchst du halt eine Versicherung zumindest oder so. Es gibt halt so ein paar Sachen, die einen versichern können für so Haftungsfälle, weil Schadensersatz, wenn man irgendwie Projekte macht und dann hast du halt so eine B2B-Konzession, also Geschäft gegen Geschäft, das sind die Schadensersätze um andere, als wenn es jetzt irgendwie um Mitarbeiter geht, wo du gar nicht haften kannst für Zeugs, das du machst, dann musst du halt teilweise möglicherweise ordentlich auf den Tisch legen. Also da sind wir im sechsstelligen Bereich oder sowas und da brauchst du halt eine Versicherung für und auch das kann, weil Protestkosten erstmal vorgestreckt werden müssen, riskant sein. So eine Kapitalgesellschaft, obwohl man das eigentlich nicht denkt, heißt halt so mit beschränkter Haftung oder sowas, die kann da insolvent gehen, was auch nicht super ist, weil dann hast du Insolvenzverfahren am Hals, aber wenn man alles ordentlich gemacht hat, also was deine Buchfung, was deine Dokumentationspflicht und so weiter angeht, dann steht dir halt einem als Schild vor einem, das geht halt dann nicht auf Zugriff auf sein Privatkapital und verlierst nicht deine, weiß ich nicht, das, was du für deine Familie versucht hast aufzubauen oder sowas. Also ich habe tatsächlich auch so eine Versicherung, so eine Haftpflicht, ich weiß nicht, wie die sich nennt, also falls ich dem Kunden mal irgendwie seine produktive Datenbank löschen sollte, sollte die das eigentlich bezahlen, obwohl, ich sag mal, der Kunde, der mir Produktionsrechte gibt, sollte sich vielleicht auch ganz gut überlegen. So ein Worst-Cast-Szenarien-Fall-Problem. Also wir haben halt auch schon mal so Worst-Cast-Szenarien halt gehabt irgendwie, nur mit mehreren Leuten irgendwie, dass wir halt irgendwie Sachen hatten, die nicht so gut funktioniert haben. Das kann durchaus auch mal vorkommen. Also ich würde sagen, also eine der wichtigsten Sachen, die man machen muss, wenn man Freelancing macht, ist ganz sorgfältig arbeiten. Also halt tatsächlich Dokumentationspflichten, nachkommen, nicht stuttrig sein, also die Qualität auch bringen können, die Sachen ordentlich aufschreiben. Ich schreibe sehr penibel, also die Zeiten auf halt, ne, und halt auch die Sachen, woran man gearbeitet hat, das nachverfolgbar machen. Man muss so ein Tooling sich einbauen, dass man wirklich guckt, an welchen Dingen hat man denn gerade, weiß nicht, welche Kommisse. Also ideal, wenn man das automatisiert machen kann, was tolle Lösungen gibt. Ich habe, was ja zwischendurch mit E-Mails gemacht, was auch immer, dann kann man gute Dokumentationen dafür erstellen, die halt dann, also ein Gutachter zur Not auch intersubjektiv nachvollziehbar, wie auch immer das ganze juristische Wording dafür ist, so darstellt, dass es halt Substanz hat. Und ich finde das schon, das ist auch nicht unwichtig. Und das, da sollte man, dessen sollte man sich bewusst sein, dass man das sorgfältig macht. Weil wenn eh schon dazu tendiert, da keine Lust drauf zu haben, dann steigt das Risiko. Ja. Gut. Ja. 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 Wahrscheinlich sollte man, aber das sollte man wahrscheinlich eh machen. Ja, ich würde auch sagen, dass man es eh machen soll. Ich mache es tatsächlich auch, egal welcher Situation ich gerade bin, ordentlich, weil ich mich so dran gewöhnt habe. Und ich finde das auch richtig, so das zu tun. Aber da bin ich exotisch. Also du schreibst so eine Art Journal, was du so am Platz gemacht hast? Ja, auch wenn ich jetzt in der Festanstellung bin. Ja. Also ich mache Journal plus Commits plus, also ich mache die Logs, ich lasse das quasi auswerten. Das kann erst auch LLM machen oder so. Reinschreiben, was man denn an dem Tag so gemacht hat und dann mit Zeiten genau, quasi immer mit so einer Uhr, die umgedreht wird vor Projekte und so. Ich habe einen wunderschönen Würfel. Ich will jetzt keine Werbung machen, aber den kann man irgendwie einfach auf Seiten drehen und dann kann man das mappen. Das hat ein Rest-API und dann kann man das, sowas ist zum Beispiel cool. Da ich ja immer meistens nur für ein Projekt arbeite gleichzeitig. Ja, dann mit der nächsten Würfel auf ich arbeite jetzt und auf ich mache jetzt Pause oder ich bin fertig oder so. Ja, ich schreibe das auch jeden Tag auf. Also zumindest schreibe ich auf, wie viele Stunden ich gemacht habe. Und da sollte man schon sehr ehrlich sein. Genau, finde ich auch. Gerade remote könnte man da ja ... Ja, das Problem ist halt, es sind bestimmte Sachen, die sind nicht so einfach. Also als Freelancer, also wenn du festangestellt bist, dann man kennt der klassische Back, wenn man da irgendwie in Leerzeichen zu fielen, ein Semikolon an der falschen Stelle, braucht zwei Tage lang, was zu finden, weil man irgendwie völlig blöd war und gegen die Wand geguckt hat. Als Freelancer finde ich es schwierig, das so voll abzurechnen. Obwohl ich dazu sehen würde, würde ich sagen, eigentlich gehört das dazu, aber es kommt auch ein bisschen auf den Kunden an, wie das Verhältnis ist, wie lange die Vertragsdauer ist und so. Aber ich finde das schwierig. Das wäre eigentlich dann mein Risiko, mein Problem. Ich würde es wahrscheinlich nicht komplett auf die Rechnung schreiben, wenn mir so eine Summe halt passiert. Ich habe das auch, wenn ich an so Sachen rum experimentiere oder etwas ganz, ganz Neues mache, was ich auch noch nie gemacht habe. Und das dauert halt länger. Und das interessiert mich jetzt aber auch. Genau, das ist halt ein eigenes Budget. Das ist in der Arbeitszeit normalerweise drin. Dann wird da ein Teil davon abgerechnet, aber ein Großteil wird halt auch nicht abgerechnet. Wenn ich dann bis morgens um drei dann da sitze und das jetzt unbedingt gelöst haben will, dann wird da nicht immer unbedingt abgerechnet. Man muss sich halt am Ende des Tages halt tatsächlich irgendwie so selber ausrechnen, ob halt diese ganzen Risiken, die man hat, die man tragen muss, die man auch bezahlen muss, plus der ganze Verwaltungsoverhead. Natürlich hört sich das Freelancing-Gehalt, was man dann irgendwie so ein bisschen höher ist, dann gut an. Aber wenn man diese ganzen Ausfälle da mit reinberechnet, dann kann das eine Milchmädchenrechnung sein. Da muss man aufpassen. Da kann man auch, wenn man einen ordentlichen Job anders fährt, dadurch auch so gut mitfahren lässt. Das würde ich sagen, eine Abwechslungsfrage. Vielleicht auch was mit den Projekten zu tun hat, mit dem Team zu tun hat, mit dem Fit zu tun hat, mit der Lebenssituation. Ich würde sagen, es ist keine eindeutige Antwort. So, unmöglich. Nee. Ja. Hat alles sein Für und Wider irgendwie. Was, ja, dann sind wir doch, so eine Geschichte würde ich ganz gerne noch, also ich meine, jetzt haben wir ja eigentlich immer nur diesen Fall, dass man entwickelt und dann damit Freelancer ist. Aber ich meine, viel ist ja auch, wenn man jetzt sowas macht wie Schulungen oder Trainings bei Firmen irgendwie gibt oder halt berät, was ich ja auch manchmal mache. Und dann, das ist halt auch nochmal ein bisschen anders, als wenn man jetzt irgendwie entwickelt, finde ich. da gibt es zum Beispiel einen schönen Artikel von Fink Lüff, der Autor von Twisted, also ein bekanntes Netzwerk-Dings, der macht halt auch Freelancing und meistens dann so Architekturgeschichten oder halt irgendwelche ganz fiesen technischen Geschichten. Und diese Beratungsgeschichten sind mehr so, die passieren ja dann, wenn irgendwas nicht richtig gut läuft. Weil die Entwicklungsgeschichten, das ist auch oft in Situationen, wo es halt eigentlich schon gut läuft, ja, wo man einfach nur mehr Leute braucht. Aber wenn diese Beratungsjobs, die sind ja eher so dann, wenn irgendwas nicht richtig funktioniert und eine Firma möchte, dass das jetzt irgendwie, keine Ahnung, besser wird und dann ist man in einer etwas anderen Situation. Und der hat jetzt letztens einen Artikel geschrieben, wo er meinte so, also ich schreibe das jetzt hier mal öffentlich auf, was ich so mache, wenn mich irgendjemand fragt, warum denn irgendwas nicht gut läuft, ist, ich gehe halt in der Firma, irgendwie suche ich mir die Leute, die am längsten da sind und frage der halt mal so, ob da irgendwer Lust hat, sich mit mir zu unterhalten und dann setze ich mich mit dem, mit einem Stift und einem Blatt Papier oder einem Block am besten, das kann auch sein, das ein bisschen länger dauert, hin und stelle nur eine einzige Frage und die ist, kannst du mir mal erzählen, was hier irgendwie schief läuft? und dann schreibe ich das halt auf. Das dauert oft länger, als man denkt und ich muss irgendwie ganz schön schnell schreiben und dann mache ich einen Termin eine Woche später mit dem Management und sage denen so, ich habe das ein bisschen editiert und dann sage ich denen, also ich lese euch das jetzt mal vor. Was ich mal gehört habe, du darfst nicht die erste Ebene fragen, du musst die sechste Ebene fragen. Also nicht die Chefs, sondern die Leute, die die Arbeit machen. Genau, die Leute, die die Arbeit machen, die musst du fragen und mit denen musst du dich unterhalten und dann findest du das meiste raus, weil die Chefs kriegen ja auch schon alles gefiltert. Genau, die kriegen das nämlich gar nicht mehr mit und da haben sich auch schon Mechanismen eingebürgert, wie man das fernhält, weil du was unangetriebenes. Ja, vermeiden, reden muss. Hier ist das so schön, Melonenprojekt, außen grün, innen rot. Ja. Was ist das Melonenprojekt? Ja. Ja, das ist schwierig. Solche Sachen aber zu lösen, weil Consulting ist ja nicht nur ein Problem identifizieren, sondern einen Lösungsvorschlag machen, kann sehr... Ja, das ist dann nochmal schwerer, aber er meinte so, ja, also oft wird dann quasi das, was ich dann da gemacht habe, irgendwie gefeiert als irgendwie tolle strategische Einsicht, mit der man jetzt unbedingt, weil man ganz viele Sachen rausholen kann und so und ich denke mir dann immer so, also ich mache ja eigentlich diesen Technikkram, dafür bin ich ja eigentlich da und dieses mit den Menschen und so, also ich weiß, wo dieser Management-Track ist und ich bin da nicht langgegangen, weil ich das nicht wollte, ja, nicht so. Nein, aber... Warum muss ich jetzt diesen Kram machen? Das ist doch Quatsch. Das kann ja auch funktionieren und ich würde sagen, der Hauptpunkt, warum das funktioniert, ist, weil du von extern kommst und weil du deswegen ein ganz anderes Stimmgewicht hast, weil wenn du intern irgendwie nur Entwicklerin bist, dann niemand hört dir zu, weil das sind halt die Leute, die die Arbeit machen, ist halt, wenn du auf den Flight Level guckst, ist halt die unterste Ebene und du bist halt nicht auf der strategischen Ebene und auch nicht auf der Unification-Ebene und da musst du halt irgendwie gucken, nur du verdichtest halt da nichts, sondern du machst halt nur die Arbeit und deswegen gucken alle drüber auf dich herab und das führt halt dazu, dass auch dein Wort keinerlei, ich sag mal, Consulting-Autorität besitzt, weil die Wahrheit kennen natürlich nur die Leute, die fliegen. Also weißt du, was ich meine? Und das ist halt als externer Consultant viel einfacher, weil dann, selbst wenn du nicht mit den Menschen gar nicht so gut kannst, das fällt ja keinem auf, weil die kennen dich ja nur kurz, kannst du einfach die Wahrheit sagen und das ist dann okay. Ja, gut, vielleicht kommt man halt einfach nicht drum rum, aber dann macht er so, ja, also braucht ihr mich wirklich für diese Geschichten, weil das könnte man auch selber organisieren, und dann hat er nochmal, was man so, dass man aufpassen muss. Aber die schwimmen ja oft so in so einer Suppe, also die sind halt einfach betriebsblind und jetzt kommt einer von außen rein und sagt denen, hätte denen mal einen Spiegel vor und sagt, hier, guck doch mal. Ich meine, das ist ja auch, wenn man, wenn man jetzt zwei Jahre in so einem Projekt ist, man, ich habe mir gesagt, ich muss jetzt hier raus, ich kriege irgendwann hier so einen Aufkleber auf die Stirn, hier Inventar, weißt du, man wird selbst schon betriebsblind dann, obwohl man gar nicht so tief in den Strukturen drin hängt und trotzdem wird man betriebsblind oder, oder, oder auch irgendwo, man hat denen jetzt zum fünften erzählt, wollte ich es nicht mal so und so probieren und das, aus meiner Erfahrung ist das besser, etwas anders zu, also etwas vielleicht anders zu machen und dann kommt immer sofort so ein kategorisches Nein und dann irgendwann sagst du, ja, dann halt nicht, dann, ich werde pro Stunde bezahlt, also irgendwo halt so eine gewisse Resignation stellt sich dann auch schon oft ein, wo man sich dann irgendwann sagt, ja, jetzt muss ich hier aber weg, weil diese Resignation, also mir geht das dann so, diese Resignation mag ich dann auch nicht. Ne, das wäre auch, ich meine, klar, also würde sich das ändern, wenn die Teams wirklich agil arbeiten würden? Nein. Ich war sehr begeistert von diesen ganzen, inzwischen, ich meine mal so, ja, also wenn es wirklich die ultimative Lösung für alles wäre, dann agil. Was heißt denn agil? Warum hat es noch nicht funktioniert? Also ich würde sagen, also was ich jetzt darunter verstehen würde, ist halt, gute Leute sitzen zusammen in einem Keller und irgendjemand macht die Tür auf und lässt die Pizza rein, weil man so da drin sitzen kann, dass man sich die Probleme aus dem Weg räumt, sich versteht und dieses Vertrauenslevel hat und gemeinsam Commitment zu bringen und das ist aber das, was die ganzen Rituale, die man da drum baut, nicht bringen. Dieser Cargo-Kult, ne, der dann da. Ja, genau und ich glaube, also eigentlich wichtig wäre halt, dass man Bock dran hat und dieses Motivation-Ding teilt, um dieses, eigentlich worum es da geht, das Customer Value halt, und das nach vorne zu bringen und wenn das halt aus dem Auge verloren geht, weil irgendwie so Prozesse dazwischen kommen, die man irgendwie machen muss für, weiß ich nicht, also der Grund für Prozesse ist ja wahrscheinlich sowas wie, so eine Management-Anforderung für, wie nennt man das, Raki, Responsibility, Accountability, wer muss informiert werden und so weiter, das ist ja so das Problem daran, dass die Leute wissen wollen, wer bezahlt denn jetzt dafür und was will der denn dafür haben und wie muss ich denn jetzt das berichten und dann haben die halt so einen Prozess vor Augen und der killt halt oft Dinge, obwohl der auch zu Produktivität führen kann, also wenn jetzt zum Beispiel dieser Prozess wäre, okay, wir bauen jetzt User-Stories aus einem Problem oder sowas und versuchen die halt umzusetzen, wäre es halt was anderes, aber die oft, ja, also Leute, die dann diese Aufgabe haben nur, die tendieren halt dazu, das zu strukturieren und Struktur ist meiner Meinung nach oder meiner Erfahrung nach nicht hilfreich in vielen Fällen, sondern es geht eher um Flow, es ist wie so ein Fluss, wenn man den halt in so einen Kanal sperrt und dann schnell fließt und sehr wild wird vielleicht, aber kein schönes Gewässer mehr ist, ich weiß nicht, die Analogie hinkt ein bisschen, aber, äh, ne, ich würde ja schon, also das hängt ja, also wenn ich jetzt das Agile-Manifesto nehme, jetzt sozusagen als Label dafür oder was, als Definition dafür, was ist da, genau, da steht dann eben sowas drin, da stehen ja all diese schönen Sachen drin, im Grunde ist das ja richtig, das Problem ist, es bleibt halt schwer, es ist halt immer noch schwer, es ist halt irgendwie, es menschelt halt immer dazwischen, ja, und ich meine, ich erlebe es ja, ich erlebe es ja immer wieder, also was ich mache, Entschuldigung, wenn ich dich kurz unterbreche, ist genau für sowas, Agile-Dings, ein How to work with me, gibt es einen kleinen Text, da steht drin, wie ich so ticke, wie ich denke, was ich ticke und wenn jeder das für sich schreibt, dann hat man schon so ein bisschen mehr Informationen über diese Menschel-Dinge. Aber ich erlebe es jetzt auch immer wieder, dass selbst Entwickler sich dann immer diese Prozesse geben, also untereinander dann, also sowas wie, es müssen, also wir machen Feature-Branches und dann müssen mindestens zwei andere Leute noch drüber gucken, bevor es dann überhaupt in den Main-Branchen geht. Oh, die Coverage sinkt bei einem Commit, das ist verboten. Und ja, also die geben sich dann so Prozesse, wo sie sich dann gegenseitig wieder auf den Füßen rumstehen und sagen, ja, ich warte jetzt seit drei Tagen auf diesen Pull-Request, weil er da noch ein zweiter drüber gucken muss. Und dann, das dauert immer länger, keiner hat Lust auf diese Pull-Request, weil man ist ja aus seiner Sache dann wieder rausgerissen, muss ich jetzt in die andere Sache reindenken und so Kontext-Switch und so weiter, also dauert das immer länger. Dann kommt der nächste Prozess und dann sagen, ja, wenn innerhalb von zwei Tagen da keine zwei Reviewer drauf sitzen, auf dem, dann weisen wir einen zu. Und so Dinge. Problem gelöst. Da hat immer noch keiner Bock da drauf. Also wird es dann irgendwie so, ja, ich gucke da mal drüber, wird schon passen. Ja, ja, hast du alles richtig gemacht. Danke, tschüss. Sieht gut aus. Tschüss. Und so weiter. Also und in der Zeit, die Zeit, die da verloren geht, da hätte man es auch zu zweit oder zu dritt gemeinsam machen können. Diese eine Aufgabe. Jetzt direkt fragen, magst du sowas wie Pair-Programming? Ich mag das total. Ich mag auch Mob-Programming. Mob-Programming. Oder wie nennt man es jetzt? Team-Programming oder Ensemble-Programming. Ah ja, okay. Ich kenne nur Mobbing. Das ist wahrscheinlich eine eigene Folge, oder? Weil das ist eigentlich ziemlich cool, aber schwierig. Und also ich finde es super, hart. Es ist hart. Es ist überhaupt nicht einfach. Also man muss sich halt irgendwie so homogenisieren vom technischen Niveau her, was halt lange dauern kann. Man muss Geduld dafür haben. Man muss halt über Monate das teilweise machen, weil das wirklich halt helpt. Und man sollte vielleicht am Anfang so eine Art Coach haben, der da so ein bisschen drauf guckt, wie das funktioniert und wie man sich da zusammen buselt. Ja gut, man müsste aber auch schon mal eine einzige Sache haben, an dem man arbeitet, was auch schon mal ein Vorteil ist. Ja, dass man einfach, guck mal, wenn ich jetzt so, ich arbeite jetzt an einem Ticket, ich alleine, ja, ich musste mir das Ticket angucken, musste mich da reindenken, musste mir ausdenken, wie ich das umsetze, musste das machen und stelle jetzt ein Merge-Request. Und jetzt müssen zwei andere Leute da drauf gucken. also ich bin jetzt fertig, ich mache jetzt was anderes. Die anderen Leute haben zwischenzeitlich auch was anderes gemacht und müssen jetzt da raus, müssen auf die Sache, die ich gemacht habe, gucken. Die müssen sich auch erst wieder diese Task angucken oder diese Story angucken. Die müssen sich meinen Krempel angucken, müssen sich da reindenken und denken sich, was für ein Scheiß. Ich hätte das ja ganz anders gemacht. Ich hätte das ganz anders gemacht. Das macht der eine und das macht der andere, bevor er da seinen grünen Haken ran macht. Also ist der fast genauso lange da dran, da drauf zu gucken. Also vielleicht nicht ganz genauso lange, aber schon eine gewisse Zeit. Ja, wird ordentlich sein sollen auf jeden Fall. Ordentlich Zeit. In der anderen Zeit, der andere wartet auf diesen Merge-Request, da hätten sie es doch in der Zeit, die alle drei zusammen brauchen, hätten sie es auch gerade gemeinsam machen können und hätten noch Wissenstransfer gleichzeitig gehabt. Ich finde auch, was ich gar nicht so schlecht finde, ist das Self-Review, obwohl das natürlich auch schwierig ist, weil man halt so ein bisschen Betriebsprinzip auch ist. Aber das halt so Prozess für sich, nochmal wirklich drüber zu gucken und sich wirklich nochmal zu überlegen, so ein bisschen mit Abstand, ist das denn das, was ich eigentlich machen wollte oder nicht? Manchmal vergisst man das nämlich, dann schiebt man das irgendwie hin. Ja, manchmal verbeißt man sich auch in so eine, läuft so eine Richtung und da muss man dann, da muss man halt auch lernen zu sagen, ey nee, ich mache jetzt Pause, ich gehe jetzt joggen, ich setze mich jetzt aufs Rad, ich gehe ins Bett und morgen ist auch noch ein Tag. Aber das kann ich auch ganz schlecht. Irgendwas nicht fertig ist ein Problem. Da schlafe ich manchmal die halbe Nacht nicht drüber. Ja, nee, das, aber das ist ja, das hilft auch, also ja, genau, sowas wie joggen. Also insofern, Peer-Programming ist schwierig, ist anstrengend, super anstrengend, man braucht super viel Geduld, aber ich glaube, es lohnt sich. Also ich hatte, also mein Problem mit den Leuten, das funktioniert so nicht, also diesen Menschen, das ist total schwierig, weil wenn dann so, Schlaftabetten zum Beispiel, sich überhaupt nicht dafür interessieren, Sonst sind einfach nur schnarrt. Nee, 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 natürlich, natürlich, also das muss schon, die Leute müssen das schon wollen. Wenn einer das partout nicht will, dann kannst du nichts machen, kannst du nichts machen. Aber ich habe oft nicht das, also das Problem, das durchzuführen, ist, finde ich, oft nicht so sehr, dass die Leute sagen, sie wollen das nicht oder dass ich da keine Lust drauf hätte und dass ich mir denken würde, oh, mit dem will ich aber gar nicht. Sondern es ist oft das Problem, das zu verkaufen, weil, Ja, da sitzen drei Leute im selben Problem, das kann ja gar nicht sein. Nee, das ist nicht gut, genau. Aber genau das müssten viel mehr Firmen ausprobieren. Ich glaube, die würden da echt Vorteile daraus ziehen. Also es gibt ja viele, viele Firmen, die das so machen. Dieser Knowledge-Transfer nach Monaten, das ist so enorm krass einfach. Ja, ja, absolut. Und jetzt heißt es ja immer, wie du gehst, du musst noch Übergabe machen. Müsste ich dann nicht mehr. Ja. Also, ja. Okay, bitte diesen Stapel Papier hier habe ich jetzt übergeben. Viel Glück. Ja, ich meine, selbst wenn man das alles dokumentiert hat und immer gibt, ja, was hilft das sehr viel. Ja, ich auch richtig. Du musst ja dokumentieren, was du machst, damit irgendjemand anders auch wieder machen. Ja, okay. Und wer soll das lesen und verstehen? Genau. Ja. Naja. Aber ja, das wird noch viel zu wenig gesehen. aber jeder, geht einem ja manchmal genauso. Du hackst, also im Pair-Programming lernst du nicht jetzt unbedingt neue Sachen. Da musst du dir schon noch Zeit nehmen, um dir selber noch wieder neue Sachen zu erarbeiten, weil jeder hat ja auch eine andere Methode, sich irgendwas zu erarbeiten. Also manche müssen sich nur ein Buch durchlesen und haben es dann kapiert. Und ich muss zum Beispiel sowas immer ausprobieren. und das dauert dann. Und da kann ich dann auch keinen neben mir haben, wenn ich da meinen Gedanken nachhänge. Ja, ja. Aber so die Arbeit selber, also im Projekt, das kann ich mir sehr, sehr, sehr gut vorstellen. Ich finde, wenn man halt kurz was wegrucken möchte, kann man, das dauert, wenn ich es mache jetzt, sagst du mal so, eine halbe Stunde oder so, hack, hack, hack und slup, slup und so, dann läuft es. Wenn ich das aber nicht mal dran, der noch nicht so weit ist, der braucht dafür dann vier Tage, und mit der Geduld wird es dann auch schwierig. Ja, ja, ja. Ich hatte mal einen Kollegen, das ist schon Jahre her, der hatte wirklich an einem Wochenende irgendwie so ein XML-Parser zusammen gehackt. Also das ist schon, ich weiß gar nicht mehr wann, das war Anfang der 2000er auch irgendwann. Und ich habe geschlagene drei Wochen gebraucht, um da durchzusteigen, durch den seines Opfer, das war unfassbar. Aber er konnte es, ich hatte ihn ja noch im Zugriff, also ich habe den gefragt, kannst du mir das erklären? Nö, kann ich nicht. Er konnte es mir nicht erklären, was er da gemacht hat. Funktioniert. Es hat funktioniert. Du musst im Halbschlaf, magische Dinge passieren. Ja, war toll, man kennt das eigentlich. Ich meine, ich habe mich da durchgebissen, ich habe dann immer wieder reingeguckt und gemacht und getan, das hat Stunden und Tage gedauert. Aber er konnte es mir nicht erklären. Das ist halt das Schöne, auch beim Peer-Programming oder beim Mob-Programming, du lernst zu erklären, was du möchtest und was deine Absicht ist. Weil beim Ensemble-Programming zum Beispiel, wenn du da als Navigator unterwegs bist, dann schreibst du ja nicht selber, du hackst nicht selber in die Tastatur, sondern du musst demjenigen, der das programmieren soll oder dir das Programm rausschreibt, musst du dem sagen, was du möchtest. Und dieses Erzählen darüber, was du möchtest und dieses sich erklären müssen und seine Absichten erklären müssen, das ist eigentlich der hauptwertvolle Part an der Sache. Ja, wenn man halt dann dazu kommt, dass man dann Befehle einzeln buchstabieren muss, dann ist das halt dann anstrengend. Ja, das kann für Leute, die da frisch sind, kann das vorkommen, dass du das machen musst. Frisch mit zehn Jahren Berufserfahrung, so, ja, ja. Also, dass du das machen musst, aber die lernen das dann auch sehr schnell, sodass du dann immer weiter abstrahieren kannst. Ja, ja, doch. Manchmal. Okay, es gibt so und solche. Ich hatte auch schon, ich hatte auch schon so Schlaftabletten, ja, wo ich dann gesagt habe, der will eigentlich dann gar nicht. Genau, ja, das ist das Hauptproblem. Aber das ist das, wissen wir bei diesem Ding, mit Freelancern geht das. Ja, ja, Freelancer haben ja intrinsisch das, dass sie irgendwie. Ja, ich würde sagen, das ist halt das Curiosity, den Commitment und Curiosity. Ich würde sagen, das sind zwei essentielle Erfolgsfaktoren auch. Also, Capability ist vielleicht der letzte, den man irgendwie dafür braucht. Ja, aber, ja, ja, es ist, ja, auch keine Partitrezepte. Meine Güte, wir lösen kein einziges Problem. Wir haben ganz viele neue. Dann stellen wir neue auf. Na gut, okay. Das muss ja auch mal irgendwann machen. Ja, aber, genau, dann, aber, dann wäre die Frage, ja, Freelance, also, wir hatten jetzt, wie man so reinkommt, was so die Probleme sind, die einen erwarten, was da alles so schwierig ist und schwierig bleibt. Wie, wie, wie kommt man denn da jetzt wieder raus? Oder wo geht's denn da hin? Ist es, ist man schon angekommen dann? Oder, ähm, äh, geht man vielleicht dann doch wieder irgendwann, äh, irgendwie, zu einem, zu einem, zu einem Elefantenfriedhof-Konzern-Mittelmanagement zum Sterben? Ja, du kannst, das muss man selber wissen, oder? Also. Oder, oder, oder baut man eigene Produkte. Also, das, ehrlich gesagt, das sieht nach meinem, also, das wäre meine Wunschfluchtroute. Wäre es meine auch tatsächlich? Ja. Also, ich weiß, ja, ja. Also, das ist auch da die Frage, was das beste Modus ist, das zu tun, aber ich glaube, das ist nochmal ein eigenes Thema. Also, das wäre, das ist dann nochmal ein anderes Thema, klar, aber ich meine, ähm. Also, ich fand das sehr empathisch, was du mir geschickt hattest mit dem Link, wo sehen Sie sich in fünf Jahren mit dem Musiker? Ja, also, äh. Also, ich, ich bin jetzt schon so, so, in so einem Alter, wo ich jetzt langsam, irgendwann mal, zeitnah über, vielleicht über einen Ausstieg, nachdenke, ne? Äh. Für mich wird es, glaube ich, eher in Richtung gehen, dass ich, in Richtung Schulung, also Wissen weitergeben. Mhm. Oder in Richtung Coaching. Genau, du veränderst dein Konzept und dann denkst du halt so, hey, durch die Senegalität hast du jetzt auch genug Nachfrage nach sowas. Du machst einfach das, dass du das weitergibst an die Leute. Weil ich denke, ich hab, ich hab von anderen Leuten viel gelernt und, äh, du brauchst eben auch die Leute, die, die das Wissen weitergeben wollen und da, ich würde gerne vermehrt in diese Richtung gehen. Das ist nicht ganz so einfach. Du musst irgendwie so einen Übergang finden und, äh, musst natürlich auch ein bisschen drüber nachdenken, welche Themen willst du dann vermitteln und, äh, wie bereitest du dann auf? Muss ich dann auch da weiterbilden? Wie, wie gibt mein Wissen weiter? Und so weiter. Ja, das heißt, da ist die Neugier. Ja. Ja. Ja, absolut. Und da in, ich will versuchen, mehr in diese Richtung zu gehen. Das ist so jetzt mein Szenario für die nächsten Jahre. Also, man meint, das ist halt nur Musik und Beach und vorher irgendwie genug Glück haben, ja. Ja, gut. Und vielleicht ein bisschen zurück, ein bisschen kürzer treten, so ein bisschen mehr wer will das denn? Ja. Ein bisschen mehr chillen. Das ist auch tatsächlich irgendwie, seit ich jetzt nicht mehr so, nicht mehr 40 Stunden arbeite, also so, äh, finde ich auch, es macht doch einen Unterschied in der Lebensqualität und, ähm, Massiv. ist besser geworden. Ja, tatsächlich. Also, ja, ich finde, der einzige Grund für Erwerbsarbeit, finde ich, ist tatsächlich, äh, schnellere Rente. Ist das manchmal ein blödes Geschäft, weil das so ein bisschen im Weg steht und manchmal muss man es auch andersrum machen. wenn ich jetzt zähle, wenn ich ein Transkript von dem Podcast mache, wie häufig, wer das Wort Purpose gesagt hat in dieser Episode, aber gut, naja. Ja, also, ich finde das halt wichtig, also, ich würde zum Beispiel, wenn ich kein Geld verdienen müsste, weil ich so reich wäre, dass ich mir einfach ausdrücken könnte, was ich mache, würde ich halt tatsächlich so Dinge machen, wo ich sehr viel Spaß dran habe und wo ich halt was mit verbinde und das wird wahrscheinlich auch was mit Programmieren zu tun haben, weil es mir einfach so viel Spaß macht. Was ich sagen würde, ist auch wahrscheinlich eine dieser Commitment-Grundvoraussetzungen, wenn man die nicht mitbringt, sollte man einfach was anderes tun. Ja, für mich ist es auch so ein halbes Hobby. Ja, klar, natürlich, ja, für mich auch. Neben anderen, aber, ja. Man könnte sich halt einfach die Nische suchen und da halt dann weiter dran frickeln, opinionated sein, Quatsch machen, ohne dass das interessieren muss, was ein sehr super Privileg ist, wo wir aber auch wieder bei den Punkten Programming for Pleasure, warum macht man das denn überhaupt, wie kommt man denn da hin und so. Genau, wollen wir noch irgendwas sagen zu irgendwie, wie kommt man, also wir hatten darüber eigentlich schon gesprochen, wie kommt man an Stundensätze oder wollen wir? Ja, also man muss einfach Leute fragen, würde ich sagen. Und dann so ein bisschen selber rausfinden. Also es gibt ja den Marketingpreis, das ist die Tagesberechtigung, das kommt eben rauszufinden. Wir hatten am Anfang nur gesagt, ja, man muss sich überlegen, was man dann so zum Überleben braucht, weil wenn man das halt nicht kriegt, dann hat man ein Problem. Aber das ist ja jetzt noch nicht das, was man kriegen könnte. Also ich würde sagen, tatsächlich, die Zahlungsbereitschaft der Kunden, wenn die wirklich ein Need haben, ist meistens höher, als man denkt. Ja. Natürlich muss man dafür die Fähigkeit mitbringen, das auch zu liefern und sich dann halt auch dann hinter klemmen und sich den Arsch aufreißen, dass der Kunde glücklich wird, weil das ist ja so ein bisschen der Contract, den man dann hat, aber meistens. Aber ich glaube auch, ich weiß auch nicht, ob die Spielräume da so groß sind, weil ich würde denken, wenn man halt deutlich mehr verlangt, als so üblich ist, wenn man jetzt beispielsweise für Konzerne arbeitet, dann ist es so, so in einem normalen Tagessatz, Stundensatz, wo Wasser mitschwimmt, dann ist das okay. Wenn man jetzt deutlich drüber ist, dann ist man halt ... Ja, dann hast du nicht in den Pferd rein, weil die das immer schon so machen und das ist dann auch so. Ja, da gibt es so von Gary Larson, gibt es da glaube ich einen Comic, wo halt irgendwie da steht, so ein Bauer von einem Hühnerstall mit so einem Beil und er guckt so, lässt seinen Blick schweifen über die Hühner und ein Huhn hat halt einen Hals, der ist halt irgendwie so 20 Zentimeter höher. Weiß ich nicht, aber es ist immer gut, in dieser Position zu sein. Nein, aber es gibt ja auch die Gegenbeispiele. Ich weiß nicht, aus welchem Kontext das jetzt war, ich will es einfach mal rausreißen, wo jemand dann den Scheich kennengelernt hat, für den er dann ein halbes Jahr die Aufträge richtig weggerockt hat und danach sich ein Haus an irgendeinem See gekauft hat. Okay, keine Ahnung. Whatever. Ja, also das saying. Hey, wenn du jetzt einer von drei Spezialisten in Deutschland bist, der nur ein Thema kann, kannst du dich natürlich sehr, sehr viel teurer verkaufen. Oder wenn du SAP-Berater bist. Ja. Oder keine Ahnung was. Ich glaube, ich persönlich fahre da auch mehr so vielleicht im oberen Mittelfeld irgendwo mit. Also es gibt ja bestimmte Sachen, durch die man sich so teurer verkauft hat. Aber man darf halt auch sich nicht Unterwert verkaufen. Also so ein, ich sage jetzt mal, 50 Euro die Stunde in München ist ein No-Go. Ja, also. Also auch für Studienabgänger oder so. Ja, ja, ja. Ich sage da jedem Vermittler, also man sieht ja diese, manchmal schreiben die auch Preise rein in ihre Stellenausschreibung. Und dann schreibe ich oft zurück und ich wünsche euch, dass ihr nicht mal einen Junior dafür kriegt. Also es ist einfach so. Ja, dann hat man es ja wirklich direkt an, wo zu lügen. Also dann für die Hälfte der Zeit oder wie stellt ihr euch das denn vor? Also ganz ehrlich, meine Kalkulation ist ja relativ stabil für mich, weil ich mache ja für mich schon einen fairen Preis. Also es sei denn, ich mache jetzt den Marketingpreis und kriege die Welt dafür bezahlt. Aber normalerweise ist der Preis halt eigentlich relativ fair, so dass ich damit leben kann und mit einverstanden bin. Das muss man halt irgendwie, kann man sich ja nicht immer auf Kompromisse einlassen. Das geht halt einfach nicht. Man muss sich halt auch ein bisschen umhorchen. Also wenn man jetzt zu niedrig rangeht und den anderen die Preise kaputt macht, ist auch nicht so toll. Ja, genau. Man muss sich schon ein bisschen erkundigen, was denn so ein marktüblicher Stundensatz ist. Ja, also zum Beispiel bei Gulp finde ich auch, also Gulp ist eine von diesen Seiten, da kann man dann gucken, irgendwie für, weiß ich nicht, Entwickler in dem Bereich, was ist denn der Durchschnittsstundensatz da? Oder dann gibt es, man kann so eine Verteilung sehen über, ja, dann schlägst du noch ein bisschen was drauf und dann passt das schon. Genau, genau, genau. Wie gesagt, man muss ja mehr Wertschöner und weiter nicht vergessen, alles so Sachen. Ja, aber es ist eigentlich immer alles Nettopreise. Genau, aber das, eine Leute vergessen das und die schreiben das dann. Ja, gut, das ist natürlich ein totaler Fehler. Ja, genau. Das sage ich. Ja, du musst ja auch alles selber bezahlen, Krankenkasse komplett voll, selbst bezahlen, deine Rente muss sich drum kümmern, selbst bezahlen, ja, ein bisschen was zurücklegen. Also das, was ihr da auch an Wissen mitbringen solltet, das ist ja auch Zeit, die ihr investiert habt. Oder da kommen wir nochmal zum Thema Marketingpreis, das habe ich mir auch noch aufgeschrieben, genau, weil das habe ich am Anfang nämlich nicht gemacht, also abgesehen davon, dass meine Preise vernietrig waren, war es halt auch so, dass ich halt, weil ich auch aus diesem Gedanken kam, naja, ich habe halt meine Kosten und so muss das, so würde es ungefähr funktionieren, habe ich dann halt überall den gleichen Preis quasi angesetzt und das würde ich heute auch nicht mehr machen. Heute habe ich sehr unterschiedliche Preise für unterschiedliche Kunden und wenn ich so höre, was andere machen, machen die das auch so. Naja, wenn der Kunde direkt mit seinem Porsche auf den Hof fährt, ungefähr, bling, 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 da hat er eigentlich im Auge schon gesehen. Ja. Ja. Aber das ist auf jeden Fall etwas, was man im Hinterkopf behalten sollte, dass man das, dass das halt sehr unterschiedlich sein kann, je nachdem, was das für ein Grund ist. Und ab und zu mal die Preise anpassen. Und wenn man jetzt, wenn man jetzt so fünf Jahre in einem Projekt ist. Bestehende Preise ändern, sehr schwierig. Ja, ja, genau. Inflation und so, ganz ehrlich. Deswegen mache ich auch gerne kürzere Vertragslaufzeiten, weil dann kann man öfter mal sagen. Ja, Inflation und so ist ja tatsächlich, da muss man schon drauf rechnen. Weiß ich nicht, Webseiten, Marktplätzen, ich weiß nicht, für mich spielen diese Marktplätze, so was. Du wolltest noch ein paar Django-Geheimtipps loswerden. Ja, es gibt da, also da gibt es auf jeden Fall Dinge. Also wenn man jetzt, es gibt es wahrscheinlich in anderen Communities auch, weil Django gibt es halt so ein paar Stellen, wo man gucken kann, die halt deutlich bessere Quellen sind, als wenn man jetzt an so eine generelle Freelancer-Brasse geht. Fiverr. Ich habe Fiverr bisher noch nicht kapiert. Ja, das wird halt von Menschen aus der ganzen Welt benutzt, die vom Skillset her ganz anfang sind. Und die Projektbeschreibungen da drin sind irgendwie so, hä, also das ist nichts Fassbares. Ja, du bezahlst halt fünf Euro für Qualität, die du, weiß ich nicht, also die macht dir jetzt jedes GPT sofort. Und viel mehr kriegt man da auch nicht raus. Also ich habe, ich habe mal irgendwie so ein bisschen Geld auf was geschmissen, weil ich tatsächlich irgendwie Hilfe haben wollte. Es funktioniert überhaupt nicht. Das, was man da also an Leuten kriegt, es klappt halt einfach nicht. Und deswegen würde ich auch sagen, also wenn man da die Projekte schon nicht suchen kann, die Leute ja anbieten, das funktioniert ja nicht. vielleicht funktioniert es oder funktioniert es für so grafische Sachen so ein bisschen oder so. Besser, aber für Entwicklung, nein, never. Ja, ich bin auch bei, man ist so halt bei den üblichen Plattformen gulp, freelance, de, sing, ist glaube ich jetzt nicht mehr ganz hochrelevant. LinkedIn, da gibt es auch so. Tendiert zum Social Media Network, was das fürchterlich macht. Ja, ich habe es auch noch nicht so richtig, so richtig begriffen, also, aber ich bin da auch zu inaktiv an dieser Stelle. Und, ja, ansonsten. Du wolltest noch diesen, diesen Jungle-Tipp, hast du zwar jetzt angeteasert, aber. Also, ich meine, es gibt da halt, das ist nicht wirklich geheim, die Seite heißt junglejobs.net, also ich meine, ja, ja, oder es gibt halt auch noch, ja, aber da vielleicht eher mal eine Mail schreiben oder so, es gibt halt auch noch so ein Discord-Dings, wo man halt irgendwie reinschauen kann. Was ich jahrelang nicht hatte, ist eine eigene Webseite, ist auch ganz, ganz hilfreich, denke ich, sie schreibt dann meistens rein, auf welchen Konferenzen ich so spreche und, und so weiter und hinterlegt da auch die Folien und, ähm, hab da halt mein, mein CV. Ich verschicke zum Beispiel keine CVs mehr, also viele wollen ja, schicken Sie mir bitte den CV im Doc, als Word-Dokument, also Projektliste und so weiter und dann sage ich, nee, könnt ihr euch runterladen auf meiner Webseite. Fertig. Achso, nimm noch nicht in den Ecken, warum? Also, ja. Ja, also so Marketing-Webseite oder sowas habe ich auch, habe ich nie gehabt. Ich habe ja, ich habe inzwischen, ich habe auch eine Webseite, aber eigentlich, die benutze ich nicht für Marketing. Nee. Und CV habe ich auch lange nicht mehr aktualisiert. Ich muss meinen auch wieder aktualisieren. Aber ich, den nächsten packe ich auch, ich packe das jetzt auch auf die Webseite, weil keine Lust ist, Das ist so wie Steuermachen. Ja. Der 24. 2024 war ein tolles Datum für sowas. Hä? Der ist lang vorbei. Nee, egal. Ist das ein Jubiläum für irgendwas? Nein, es ist einfach eine tolle Zahl. Achso, achso, weil es ein Zahlen-Pallendrom ist. Ja, genau. Okay, ja. Ja, und dann gibt es natürlich diese ganzen Personalvermittler. Ja, das ist schon, also ehrlich gesagt, funktioniert schon ein bisschen besser. Also da hatte ich auch schon einige. Ja, das würde ich auch. Wir haben über Scheinselbstständigkeit noch gar nicht geredet. Ich meine, wir können jetzt auch da keine Beratung machen, aber das kann immer ein Problem sein und werden. Muss man so ein bisschen aufpassen, dass man halt irgendwie selbstständig halt auch ist, also eigene Materialien benutzt, nicht da irgendwie zu sehr anbendelt mit, weiß ich nicht, Corporate Identity und so Sachen hat wie Weisungsfreiheit und selbstbestimmtes Arbeiten von Arbeitszeiten und so, wenn das halt nämlich nicht so ist, sondern dieser Auftraggeber die ganze Zeit sagt, ja, aber dann bitte von 9 to 5 und hier bitte, dann steht halt dieser Verdacht im Raum, dass man eigentlich gar nicht selbstständig ist und kein Freelance macht, sondern angestellt ist, was halt Sozialversicherungspflicht zur Folge hat für beide Seiten. Was ich zum Beispiel nie mache, ist dann irgendwo hinzuschreiben, ich mache Urlaub, ich bin immer nur abwesend. Ja. Okay, ja. Zum Beispiel Kleinigkeiten, ja. Ja, mit dem eigenen Material ist manchmal schwierig, also ich habe es oft in Projekten, dass einem zumindest die Hardware gestellt wird, weil die meine Hardware zu unsicher finden und keine Mittel haben, das irgendwie sicherzustellen, dass meine Hardware nicht unsicher ist. Ja, ich weiß nicht. Ja. Ja gut, das ist ja, ich würde sagen, ja, Projektabhängig. Das ist dann so, ja. Ja, also dann vielleicht noch aus dem Ausland, also gibt es ja so Employer-of-Record-Modelle oder sowas, weil auch das nicht immer einfach sein kann, Quellensteuer, wir wollen da einfach so ein paar Beriche in den Raum schmeißen, also müsste man sich, wenn man sowas macht oder Kooperationen eingeht, so ein bisschen mehr mit den Rahmenbedingungen auseinandersetzen. Was ich vorhin schon erzählt hatte, es gibt ja immer öfter das Modell, in Deutschland zumindest, diese Arbeitnehmerüberlassung oder auch kurz ANÜ. Ich fühle mich, ich lehne das ab, aber viele finden, es ist ein tolles Modell, muss man sich mit auseinandersetzen. Man ist dann halt bei dem Vermittler angestellt und wird dann an den Kunden ausgeliehen. Ist auch so eine Art Bodyleasing und der Kunde ist dann Weisungsbefugung. Ist eigentlich ja Zeitarbeit, ne? Zeitarbeit, ja. Man verdient angeblich genauso viel wie als Freelancer, wobei ich das dann wieder gegenüber den Festangestellten fast schon wieder unfair finde. Ja, depends. Muss man, manche finden es toll, manche machen das auch, kennen dann auch welche, die in ANÜ gegangen sind. Ich für mich schließe das halt aus, aber leider, wenn man bei großen Kunden arbeiten will, geht da manchmal gar kein Weg dran vorbei. Kunden haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Also vielleicht die abstrakte Dimension groß, lieber groß, lieber klein. Es gibt ja manchmal kleine Startups oder kleine Butzen, die Hilfe brauchen, das sich aber irgendwie leisten können oder Leute, die irgendwo Geld geerbt haben und unbedingt ihre Träume verwirklichen wollen oder halt große Konzerne mit großen Abteilungen oder irgendwas dazwischen, halt Mittelständler oder Industriebranchen der Favorites. Also branchentechnisch habe ich gar keine Favorites. Ich habe schon in fast allen Branchen gearbeitet. Also Banken, Versicherung, Industrie, außer Gesundheitswesen habe ich glaube ich fast alles durch. Handel, ja, sie sollten nicht zu groß und schwergewichtig sein. Weil? Zu viele Hierarchien, zu viele Politik, an der man dann doch nicht vorbeikommt. Ja, okay. Aber zu klein ist auch manchmal nicht so gut, hatte ich auch schon. Da kannst du dann auch ganz schnell mal kriseln und ist man wieder weg. Ist man wieder weg. Nicht so schlimm, wenn man genug Auswahl hat. Ja, ich habe keine klaren Präferenzen. Also ich bin eigentlich immer eher so in dem ganzen IT-Internet, dieser Branche unterwegs, sage ich mal im weitesten Sinne. Ja, das liegt dir näher, oder machst du lieber? Ich weiß nicht genau, woran das liegt, ja, aber ich habe, ja, ich liege möglicherweise auch an dem ähnlichen Problem wie das mit der Politik, dass es halt irgendwie sehr viel mehr Kommunikation erfordert, wenn man halt irgendwie einen Kunden hat, der aus einem ganz anderen Bereich kommt und dann das mal. Ja, also auch ich muss auch sagen, also es ist gar nicht so einfach, wenn man Domain-Knowledge braucht bei einem Job, das zu haben, für Sachen, von denen man einfach keine Ahnung hat. Das finde ich schwierig, also ich meine klar, lässt sich halt nicht vermeiden, aber es ist halt, dann finde ich immer, und mit so Computern und Internet kann ich halt aus, muss ich nicht viel irgendwie mit den Leuten reden. Ja. Was man halt immer hat, meine Erfahrung, wenn man neu in so ein Projekt reinkommt, was schon ein bisschen länger besteht sozusagen, wo schon länger dran gearbeitet wird, man braucht halt mindestens ein Vierteljahr, um wirklich tief reinzukommen. Das ist einfach so. Ja, das ist schon schnell. Und die Zeit braucht man einfach. Und das muss man dem Kunden auch sagen. Und man muss sich halt wirklich das, dieses Domänenwissen dann halt drauf schaffen. Ja, da muss man relativ viel büffeln für, würde ich sagen. Und das ist auch wichtig, dass man das tut. Ja. Weil man muss schon die Sachen tiefer passieren. Und die Leute löchern und fragen, weil die beballern einen mit Abkürzungen und kurz und drei Begriffe für eine Bedeutung. Ist doch völlig klar, das reden wir doch immer so. Und sofort immer fragen. Was heißt das? Was heißt das? Erklär mir das. Ja. Ich fand, wir haben relativ viel drüber geredet. Habt ihr Fragen? Habt ihr Anmerkungen? Habt ihr irgendwas? Vorschläge? Schreibt uns doch an halloandpeysonpodcast.de Wir machen noch Picks normalerweise am Ende einer Folge. Ja, aber ich habe jetzt auch ehrlich gesagt, ich hätte so einen ganz klitzekleinen vielleicht den Mini. Den streife ich nur so das Services, also SVCS ein Projekt von Hüneck Schlawack. Der hat auch viele andere schöne Bürokratie, anderes und noch diverse Structlocken. Auch in dem Buch, da hat er irgendwas vorgestellt. Er hat das nicht reviewt, das was du eben vorgestellt Architektur-Packet hat. Kann sein, dass er eine Review war bestimmt, ja, das kann gut sein. Und das ist halt so ein generalisiertes Dependency Injection Inversion Teil, weil er das immer in allen Projekten brauchte. Und das fand ich auch sehr nett. Genau. Cool, kann ich mich mal angucken. Ja. Also ein Python-Paket hast du wahrscheinlich jetzt nicht so ein Packen. Aber hast du irgendwas anderes, was du möchtest, was dich Leute unbedingt mal angucken, weil du sagst, hey, das teilst du mit dein Deepings-Link oder irgendwie sowas. so jetzt ad hoc, was, weiß nicht, ob man das in Preisen auch verwenden kann, also was, wir landen ja öfter mal so in dieser, in dieser, na, Versionshülle, also dass wir irgendwie Versionen updaten müssen von Abhängigkeiten. Ja, ja, das gibt's auch. Und da gibt's ein schönes Tool, zumindest im Java-Umfeld, das heißt Renovate, was dann halt quasi in deine, in dein Bildprojekt reinguckt und sagt, welche Version hast du da so drin und danach guckt, gibt's da was Neueres und dann automatisch quasi ein, ein Branch macht, die neue Version da reinhaut und den Branch baut und dir dann Bescheid sagt, hier, der Branch ist grün, könnte passen für dich, die Version neu. Und dann musst du nicht mehr so alle paar Wochen immer mehr wieder dran denken, deine Pakete abzudaten, die du da verwendest. Ja. Weiß nicht, ob sowas für Preisen abgibt. Das gibt's auch, ich hab jetzt den Namen vergessen, aber das macht dann auf GitHub zum Beispiel Pull-Request, wo das dann im Gedeck abgibt. Ja, ja, genau, genau. Dependabot. Dependabot, ja. Aber der macht ja, ja. Und das gibt's halt auch, Renovate ist da so ein anderes Tool dafür. Finde ich ziemlich cool. Ja, klingt gut. Ich mag den Show Notes verlinken. Ja, dann vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt und beim Hören viel Spaß noch weiter. Ihr hört bestimmt noch ganz viel mehr Folgen von früher. Oder ihr seid schon eingeschlafen. Kann auch sein. Ja, manchmal ist es auch morgens, mittags, abends, nachts beim Autofahren, irgendwie auf der Arbeit, beim Einkaufen, beim Doggen, beim Musik, man muss sagen, musizieren. Viel Spaß. Wir hören uns. Alles klar. Danke, Birgit. Danke. Tschüss. 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 Vielen Dank.